Mein Name ist Karl Dieter Möller, ich bin Fernsehjournalist und auch in diesem Bereich hat sich ja gerade in den letzten zehn Jahren eine Menge geändert. Es gibt nicht nur Hörfunk und Fernsehen, es gibt inzwischen überall natürlich auch Internet, Internetreaktionen und die Kolleginnen und Kollegen, die heute ausgebildet werden, werden auch alle trimedial ausgebildet, das heißt also nicht nur sozusagen einspurig in eine Richtung. Ich bin eigentlich nur dazu da, um vielleicht ganz kurz vorher ein paar Dinge zu sagen, die wir dann im Laufe des heutigen Tages einfach so nehmen sollten, wie wir sie Ihnen anbieten. Es heißt ja zwölfter Verfassungsdialog und auf Dialog wird großen Wert gelegt, Sie sind natürlich mit einbezogen, nach den jeweiligen Vorträgen mitzudiskutieren und auch, nachdem wir hier auf dem Podium diskutiert haben, sich mit ihrer Meinung einzubringen, ob Pro oder Contra, das werden wir sehen. Was mich besonders freut, was ich erfahren habe, dass wir auch bei diesem diesjährigen Symposium recht junge, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht sage Zuschauer, nein, Zuhörer haben, das ist die elfte Klasse des Heisenberg-Gymnasiums in Karlsruhe und man muss sagen, wenn sich junge Leute am Samstagvormittag oder am Samstag hierhin begeben, dann muss das Interesse wirklich groß sein und das finde ich ganz toll, mal abgesehen davon, das ist aber jetzt nur eine Randnotiz, das möglicherweise auch den Altersdurchschnitt hier immens senkt. Vielleicht, da wir ja über digitale Dinge reden, nur noch den Hinweis, Handys vielleicht auf Vibrierenstellen anlassen können Sie ja, dann weiß auch immer jeder, wo Sie dann zu finden sind, damit Sie auch orten können und damit Sie auch nachher beweisen können, ich war wirklich da, wo ich gesessen habe, das werden wir sehen. Ja, meine Damen und Herren, wer wäre eigentlich besser geeignet, uns in das Thema des zwölften Karlsruher Verfassungsdialogs einzuführen, als die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Sie ist, Frau Schnarrenberger, aus meiner Sicht eigentlich die reale, digitale Lösch-Taste, wenn es darum geht, überbordende staatliche Eingriffsmöglichkeiten zu verhindern. Für Bürger, Datenschutz und Menschenrechte muss sie allerdings immer noch, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, analog kämpfen, obwohl auf Twitter hat sie inzwischen, ich habe das mal verfolgt, fast 21.000 Follower und das ist schon eine ganze Menge. Es gibt zwar in Karlsruhe einen Bundesrichter, der hat noch ein bisschen mehr, aber den wollen wir hier mal außen vor lassen. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, meine Damen und Herren, oder wie manche Aussagen, es hat sich so eingebürgert, SLS, ist keine Mercedes-Marke, war von 1990 bis 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages. 1992 wurde sie Bundesjustizministerin im Kabinett Kohl, legte dieses Amt aber aus Protest gegen den großen Lauschangriff, also die akustische Wohnraumüberwachung, 1996 nieder. Später Genugtuung erfuhr sie dann, als das Bundesverfassungsgericht 2004 den großen Lauschangriff kippte, ihn also für verfassungswidrig erklärte, das war aber noch einige Zeit vor dem, was unser zweiter Redner heute sagt, von Professor Kirchhoff. Ihr Rücktritt hat ihr, wenn ich das so im Nachhinein sehe, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, nicht geschadet, sondern im Gegenteil, es hat ihn wirklich genutzt, weil zum ersten Mal jemand als Politiker oder Politikerin da aufrecht war und auch für seine Meinung eingetreten ist. Sie waren übrigens, oder Frau Leuthäuser-Schnarrenberger war die erste Bundesjustizministerin, die nach einem Rücktritt wieder in das gleiche Amt gekommen ist, nämlich im Kabinett Merkel II bekleidete sich von 2009 bis 2013 ebenfalls wieder das Amt der Bundesjustizministerin und aus der Zeit haben wir ja immer Déjà-Vus gehabt, wie jetzt auch. Ich vermute einmal, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, und da spiele ich ein bisschen an, bin ich ganz ähnlich, dass Ihr Nein heißt Nein sich heute eher darauf zielt, dass man die Menschenrechte achten sollte und nicht verachten, und zwar ohne Hysterie, hoffe ich, und wie ich das von Ihnen kenne, aber mit viel Herzblut, Ihnen gilt jetzt die Showtreppe hier. Danke. Lieber Herr Möller, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst darf ich Sie im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, in deren Vorstand ich jetzt seit zwei Jahren wirken darf, recht herzlich hier beim Verfassungsdialog in Karlsruhe willkommen heißen, und wir tagen jetzt nicht am Tag der Deutschen Einheit, ich glaube, es war eine gute Entscheidung, da haben doch mehr von Ihnen Zeit, dann auch hier heute teilzunehmen. Ich freue mich sehr, begrüßen zu können den Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Herrn Professor Kirchhoff, der gleich das erste inhaltliche Einführungsreferat halten wird zu dem Thema, was natürlich off- und online uns intensiv beschäftigt, Spannungsfeld, Freiheit und Sicherheit. Das Bundesverfassungsgericht ist ja so quasi der Ort, da werden die Grundrechte verteidigt, geschützt, gehütet. Ich freue mich sehr, dass aus der Sicht der realen Situation der Menschenrechte in vielen Staaten heute Herr Link hier ist, früherer Staatsminister im Auswärtigen Amt, jetzt Direktor des Büros der OSZE für demokratische Institutionen und Menschenrechte. Sie müssen sehen, dass die real verteidigt werden und das ist neben dem, was man unter rechtlichen Aspekten zu beachten hat, glaube ich manchmal viel, viel schwieriger und anstrengende Tagesarbeit. Herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass Frau Dr. Kinzelbach heute hier bei uns ist, Direktorin beim Global Public Policy Institute. Sie wird gerade zur Sicht der Menschenrechtsaktivisten, zu ihrem Umfeld, zu ihren Möglichkeiten, aber vielleicht auch zu dem, was ihre Arbeit schwierig macht, uns einiges hier sagen können, natürlich immer mit Blick auf die digitale Welt. Herr Morlock, der Vorsitzende des Kuratoriums der Friedrich-Naumann-Stiftung wird etwas später hier eintreffen. Und ich freue mich sehr, dass auch der Menschenrechtsreferent der Stiftung, der Friedrich-Naumann-Stiftung, Herr Spohr heute hier mit uns diskutieren wird. Ja, ich soll zum Auftakt dieses Verfassungsdialogs Ihnen eine Einführung geben. Also dazu braucht man eigentlich schon einen halben Vormittag. Ich soll das aber sehr kurz begrenzen und deshalb darf ich vielleicht zunächst eine begriffliche Anmerkung machen. Ich werde kurz etwas sagen zur Situation der Menschenrechte im digitalen Zeitalter, nicht der Bürgerrechte, wenn man Bürgerrechte versteht als Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Meinungsbildung. Also das, was mit Referendum, Volksentscheiden zusammenhängt mit den Fragen repräsentative Demokratie und plebiscitärer Elemente, sondern was ist die Situation der Menschenrechte im digitalen Zeitalter? Und da muss natürlich ein ganz kurzer Blick auf den Stand der Digitalisierung geworfen werden. Inzwischen haben wir ja 20 Jahre rasante technologische Entwicklung, in der die Digitalisierung wirklich alle Lebensbereiche durchdrungen hat. Es entstehen unglaubliche Mengen an Daten, deren Speicherung, Verarbeitung, Analyse und Vernetzung kaum technische Grenzen kennt. Smart Home, Gesundheits-App, Auto als rollendes Smartphone, Online-Bankgeschäfte jeglicher Art sind ja nur einige Aspekte des immer transparenter werdenden Verhaltens der Menschen. Mittels Algorithmen werden die erfassten Daten von global agierenden Konzernen für ihre Geschäftszwecke analysiert und vernetzt und das betrifft eben nicht nur technische Daten, losgelöst von einzelnen Personen, da hätten wir jetzt mit dem Blick Privatsphäre, Persönlichkeitsrechtsschutz, Datenschutz nicht so die Probleme, sondern es betrifft natürlich zunehmend und überwiegend Daten, die Bezüge zu Personen haben, die sich aus ihrem Online- und Surferhalten mit und ohne ihr Wissen gerieren lassen, die zu Profilen zusammengeführt werden, natürlich dann, um auch ganz gezielte Dienstleistungen, Werbeplätze anbieten zu können. Wie sagte Erik Schmidt, der jetzige Vorstandsvorsitzende von Alphabet, da ist ja Google jetzt mit in dieser Holding eingebracht worden, wir wissen, wo ihr seid, wer ihr seid, was ihr wollt und wir werden künftig euch auch sagen können, was ihr denn erwartet, was ihr denkt. Also schon ein ziemlich anspruchsvolles Herangehen, da steckt natürlich schon ein gewisser autoritärer Anspruch in diesem Denken mit da drin und diese Technik eröffnet viele Chancen, aber natürlich ist die Kehrseite dieser Digitalisierung eine große Gefahr für die Selbstbestimmung des Einzelnen, für den Schutz seiner Privatsphäre, für den Schutz seiner Persönlichkeitsrechte und das alles ist ja immer auch Grundlage dann für die Äußerung von Meinungen teilzuhaben, auch an Diskursen, indem eben durch die Benutzung von mobilen Endgeräten, gerade natürlich durch das Smartphone, es sehr leicht ist, umfangreich überwacht und kontrolliert zu werden. Hier spricht zum Beispiel der Professor von der Uni Flensburg, Harald Welzer, von einer Selbstentmündigung der Nutzer, indem sie grenzenlos ihre Personaldaten zur Verfügung stellen, ohne sich darüber große Gedanken zu machen. Die Welt wäre in Ordnung, wenn das alles sich nur in Deutschland abspielen würde. Da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt vor mehr als 30 Jahren mit dem Volkszählungsurteil natürlich die Grundrechte mit dem Blick auf die informationelle Selbstbestimmung, die aus den bestehenden Grundrechten Artikel 1 und 2 entwickelt wurde, geschützt und das auch schon mit Blick auf die damals ja erst beginnende automatisierte Datenverarbeitung, aber natürlich konnte damals nicht gesehen werden, welche Dimension diese Entwicklung mit Blick auch auf Durchdringung aller Lebensbereiche und Erfassung vieler Verhaltensweisen nehmen würde, aber das ist ja auch der Blick auf Deutschland und das Netz ist weltweit, global, ubiquitär. Ja, gilt da immer so unser Grundgesetz? Nein, natürlich nicht. Eigentlich wäre die Antwort leicht. Alle Menschenrechte, die offline gelten, gelten auch online. Ist das jetzt eine neue Erkenntnis? Nein, denn der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen hat das in zwei einschlägigen Resolutionen bereits unmissverständlich deutlich gemacht mit Blick auf die Meinungsfreiheit, auch genau mit Blick auf das Recht auf Privatleben. Es gibt international die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die in Artikel 12 das Recht auf Privatsphäre enthält. Es gibt in Artikel 17 des internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte, nachdem niemand willkürlich oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Wohnung, seinen Schriftverkehr ausgesetzt sein darf und für die 47 Mitgliedstaaten des Europarates gilt Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Also ein tolles System, das die Menschenrechte im digitalen Zeitalter wirklich wirkungsvoll schützt? Das ist eine Frage gewesen, denn daraus kann natürlich nicht dieser wirkungsvolle Schutz abgeleitet werden. Es geht um dort grundsätzliche Wertebestimmungen, aber wenn wir nur einen Blick werfen, meine Damen und Herren, auf eine Entwicklung, die uns jetzt seit drei Jahren sehr bekannt ist und uns damals vor Augen geführt worden ist, dann wissen wir, dass allein schon mit Blick auf die Geheimdienste es hier nicht einen absoluten Schutz geben kann. Ich spiele damit an, auf die Enthüllungen von Edward Snowden, über die Aktivitäten amerikanischer Geheimdienste, aber auch britischer Geheimdienste, die in umfangreicher Weise auf die Daten von internationalen Konzernen, von IT-Konzernen, auf deren Servern Unmengen Informationen ihrer Nutzer, ihrer Kunden, aber auch vieler, die nur einmal bei ihren Dienstleistungen vorbeischauen, bei der Suchmaschine etwas surfen, die sind dort gespeichert in unglaublicher Menge und auf die wurde und wird in weitem Umfang zugegriffen. Das hat ziemliche Aufregung, wenn Sie sich noch erinnern, 2013 hervorgerufen, hat auch die Vereinten Nationen beschäftigt, Deutschland hat mit Brasilien dort Resolution initiiert zur Verbesserung des Schutzes der Privatsphäre und es sind auch schöne Beschlüsse gefasst worden, aber damit haben wir noch nicht eine bessere tatsächliche Durchsetzbarkeit dieser Rechte. Die Aufforderung an Staaten, wie es erfolgt ist, das Recht auf Privatsphäre im Kontext digitaler Kommunikation zu achten, Maßnahmen zu ergreifen, um Rechtsverletzungen zu beenden, Recht und Praktiken der Kommunikationsüberwachung zu überprüfen und in Einklang mit internationalen Menschenrechtsverpflichtungen zu bringen, lesen sich hervorragend, sind gut für die Argumentation, aber es fehlt das letzte Element der Durchsetzbarkeit. Es sind Resolutionen der Vereinten Nationen und nicht bindende Konventionen, die auch mögliche Sanktionen nach sich ziehen könnten. Deshalb hat noch 2013 die Bundesregierung eine Debatte angestoßen, nämlich eine Ergänzung zum Artikel 17 des UN-Zivilpaktes, ich habe ihn eben erwähnt, vorgeschlagen, nämlich dort internationale Zusatzprotokoll zum Datenschutz, zum Schutz der Privatsphäre, das was wir vielleicht auch noch museal als Post- und Fernmeldegeheimnis mal gekannt haben, doch auf internationaler Ebene besser zu schützen. Das sind immer lange Prozesse, wenn man international eine Konvention, diese aus den 60er Jahren ergänzen will und deshalb steckt das noch sehr in den Anfängen. Es hat aber immerhin Bewegung in die Debatte gebracht und wenn man sich mit einem internationalen Menschenrechtsschutz befasst, da muss man den langen Atem haben. Da war etwas effektiver, meine Damen und Herren, der Europäische Gerichtshof, der in seiner Entscheidung zu Safe Harbor, einem sicheren Hafen, auf die Klage von Max Schrems, einem österreichischen Jurastudenten damals, der wissen wollte, welche Daten Facebook denn über ihn gespeichert hat, hat Don dann, das war kein ganz einfacher Weg zum Europäischen Gerichtshof zu kommen, entschieden, dass jedenfalls die damalige Praxis zu sagen, wenn sich Unternehmen in eine Liste eintragen und erklären, wir achten schon, so allgemeine Datenschutzstandards, dass das nicht ausreicht, angesichts der Enthüllungen von Snowden, dass massenhaft auf die Daten von Unternehmen, von Privatpersonen, gerade natürlich auch von nicht-amerikanischen Staatsangehörigen zugegriffen wird und haben darin die Verletzung der Europäischen Grundrechtecharta mit Blick auf Privatsphäre, mit Blick auf Datenschutz, Artikel 7 und Artikel 8 festgestellt und das hat dann auch Aktivitäten ausgelöst nach dem Motto, jetzt brauchen wir aber mal ein funktionierendes Abkommen, damit zwar ein Datentransfer möglich ist, aber unter Achtung dieser wichtigen Grundrechte, dieser Menschenrechte, es ist ein EU-US-Privacy-Shield-Abkommen, nicht im Sinne eines völkerrechtlichen Vertrages, dann vereinbart worden durch Briefwechsel. Ich will da auf Einzelheiten nicht eingehen, aber Kernpunkt ist, dass sich da die Geheimdienste in den Vereinigten Staaten im Brief verpflichten, nicht mehr so böse zu sein wie in der Vergangenheit mit diesem unbegrenzten Zugriff auf die Daten. Ob das wirklich so wirkungsvoll mit Blick auf diesen Bereich der Menschenrechte ist, ich glaube, darüber kann man mit Fug und Recht debattieren und streiten. Deshalb, das ruft danach, dass wir verbindliche Standards brauchen mit Blick auf Schutz der Menschenrechte im digitalen Zeitalter und für einen Bereich, nämlich für jetzt schon den von mir erwähnten Datenschutz, das informationale Selbstbestimmungsrecht. Der Nutzer hat das die Europäische Union mit neun europäischen Standards gemacht, die 2018 in Kraft treten und die gerade auch ein Adressaten haben, nämlich Adressaten international agierende Konzerne. Denn es ist natürlich schwierig, mit nationalem Recht zu versuchen, Facebook, Amazon, auch Samsung, auch andere, es gibt nicht nur amerikanische, aber die sind natürlich im Moment besonders präsent und auch auf dem Markt, ja im untechnischen Sinne gesprochen, marktbeherrschend. Diese Unternehmen auch an Standards zu binden, die nicht nur dem Recht entsprechen in dem Land, in dem sie ihren Hauptsitz, also zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika haben, sondern wenn sie in der Europäischen Union mit 500 Millionen Bürgerinnen und Bürgern agieren, Dienstleistungen anbieten, Daten auch von den Bürgern verarbeiten, um eben ihre Geschäftsmodelle weiter zu entwickeln, das ist nicht so ganz einfach, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Und deshalb ist mit diesen neuen Standards und der Verortung eines Prinzips, das letztendlich schon auch vom Europäischen Gerichtshof mitentwickelt wurde, finde ich auf alle Fälle ganz gut gelungen, nämlich einem Prinzip, das sagt, wenn, ich sage es ganz einfach, wenn diese internationalen Konzerne eben diese Daten von Bürgerinnen und Bürgern, die in der Europäischen Union leben, verarbeiten, in Form von Dienstleistungen auf diesem Markt anbieten, dann gilt ein Marktortprinzip, also dann gilt das Recht des Marktes, auf dem sie diese Dienstleistungen letztendlich an die Kunden, an die Nutzer bringen und damit gilt dann eben über den Bereich der Europäischen Union hinaus für diese Verbreitungswege gilt dann das, was dort an europäischen Datenschutzstandards verortet ist. Das ist ein Fortschritt, ob das alles richtig auch greifen wird in der Anwendung, mit dem Grundsatz der Einwilligung des Einzelnen, der für uns ja etwas schwierig ist, angesichts dieser technologischen Entwicklung sich vorzustellen, wie geht das, wie kann man das auch durch technische, verbindliche Vorgaben verbessern, dass dieses Recht besser ausgeübt wird, das alles versucht, diese neue Europäische Datenschutzgrundverordnung, so heißt das, Ungetüm, und ich denke, es ist gut, es hat lange gedauert, dass man diesen Schritt gegangen ist, also hier auch einen Gestaltungsrahmen verbunden mit Sanktionen bei Verletzung zu schaffen. Also wir brauchen ein Zusammenspiel von nationalem, europäischem und internationalem Recht, denn wir haben eben faktische Schwierigkeiten eines Mehrebenensystems und da kommen wir allein mit Antworten auf nationaler Ebene letztendlich nicht ans Ziel. Also, meine Damen und Herren, für den Bereich große Herausforderungen für die Freiheit des Einzelnen. Aber es sollte nun nicht nur der Blick geworfen werden darauf, dass es unglaublich viele Risiken gibt. Natürlich mit Blick auf Menschenrechte ist das absolut richtig. Natürlich gibt es auch Chancen für die Einzelnen. Noch nie konnte so schnell weltweit miteinander kommuniziert werden, Informationen gesammelt werden, teilgehabt werden. Aber auch, dass ich mich nicht mehr verlaufen muss, wenn ich gewisse Angebote nutze, dass ich weiß, wie mein gesundheitlicher Zustand ist, wenn ich auch bestimmte Angebote nutze, ist für viele auch eine Bereicherung, ein Vorteil. Ich glaube, man darf nicht ausblenden, dass die Anbieter das nicht machen, weil sie unbedingt nur wollen, dass ich gesünder lebe und älter werde, sondern weil die Daten, die dabei erzeugt werden, natürlich am Ende dann für ein gewisses Angebot, auch für Versicherungen, einen großen Wert haben. Und genau das einzuhegen. Dass nicht, wenn ich mal ein Datum preisgebe, bewusst, dass zu vielen Zwecken auch verwandt wird und ich daher in meinem Verhalten letztendlich überwacht werde und vielleicht auch manipuliert und gesteuert werde, dem dient natürlich immer der Versuch, hier gesetzgeberische Rahmenbedingungen deutlich zu verbessern. Es gibt Skeptiker, und zwar deutliche Skeptiker, die sagen, das gelingt nicht, wir brauchen heute gar nicht mehr vom gläsernden Menschen zu reden, sondern der Mensch ist ja heute schon ein Produkt der Internetgiganten. So Theron Lennier, der selbst aber bei Microsoft ja der Entwickler überhaupt der virtuellen Realität gewesen ist und jetzt ein bisschen anscheinend Sorge über die Geister hat, die über die Jahrzehnte hinweg sich in unglaublicher technischer Rasanz entwickelt haben. Also natürlich schon Chancen, wie sollten sonst auch Flüchtlinge kommunizieren? Wie sollte man wissen, wie sollten Eltern wissen in Syrien, dass ihr Sohn, der geflohen ist, noch lebt? Ja, ohne diese weltweite Kommunikation wäre das auch nicht möglich, auch sich zu verabreden, zu sagen, jetzt stehen wir auf gegen autoritäre Systeme, gegen Menschen, die versuchen, uns zu unterdrücken. Auch da hat das mitgeholfen, aber auf der anderen Seite ist diese Entwicklung, diese digitale Entwicklung natürlich auch besonders gut dazu geeignet, den Einzelnen gerade auch in seinem Verhalten zu überwachen. Gewisse Staaten machen das. Ich blicke nur mal einmal nach China. Google ist auf dem Markt nicht präsent. Dort gibt es natürlich ein Netz, das ist aber sehr staatlich überwacht und da muss man sich sehr überlegen, was man dort kommuniziert. Ich denke an Russland. Und autoritäre, autokratische Regime haben Angst vor der freien Meinungsbildung ihrer Bürgerinnen und Bürger und versuchen natürlich damit, diese digitale Entwicklung für ihre Zwecke der Überwachung, der Begrenzung von Meinungsfreiheit, des freien Lebens auch in ihrem Interesse zu nutzen. Und wir brauchen nur Saudi-Arabien einen Namen zu sagen. Ralf Baldavi, ein Internetblogger, der sich geäußert hat, wie wichtig doch auch Freiheit ist, Freiheit auch kompatibel mit dem Glauben des Islam sei und der da deshalb, weil man natürlich im Blog das sehr gut nachvollziehen konnte, zu drastischen Freiheitsstrafen verurteilt wurde. Also, es gibt viel zu beraten, auch über die Frage, brauchen wir ein Völkerrecht des Netzes, das soll ja mit eine Rolle hier heute Nachmittag spielen, ist vielleicht diese Initiative, Artikel 17 des UN-Zivilpaktes zu ergänzen, schon so ein Beitrag im Zusammenhang mit dieser Debatte. Aber zuerst ist natürlich mal der Blick darauf, was heißt das gerade auch hier in Deutschland für das, was der Staat macht, denn auch der Staat ist natürlich interessiert, immer gewesen an Informationen zur Wahrnehmung seiner Aufgaben. Auch da darf er nicht alles, auch da muss er eingehegt werden und da besteht das klassische Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit, was natürlich in Zeiten von Big Data und dann Internet der Dinge nochmal eine ganz andere Dimension bekommt und wo es nur einige Stichworte gibt, die zeigen, wie sehr mal das Bundesverfassungsgericht auch immer wieder mal die Bedeutung der Grundrechte, Kernbereich privater Lebensgestaltung zurechtgerückt hat und auch angesichts dieser technologischen Entwicklung versucht zur Gültigkeit zu bringen. Also, ich bin sicher, Sie erwartet heute ein interessanter, spannender Karlsruher Verfassungsdialog und ich freue mich, dass Sie, lieber Herr Morlock, da sind. Ich hatte Sie in Abwesenheit begrüßt, dass Sie einen Moment später kommen können, unser Vorsitzender des Kuratoriums der Friedrich-Naumann-Schiftung. Schön, dass Sie auch zu diesem Verfassungsdialog hier in Ihrer Heimat Zeit haben und jetzt freue ich mich natürlich zunächst einmal, aber da hat Herr Möller das Wort, auf das, was uns dann unser vortragender Herr Professor Kirchhoff zu vermitteln hat und freue mich auf interessante Gespräche und Diskussionen heute hier in Karlsruhe. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Frau Leuthor-Schlarrenberger, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen, selbst bei dieser Materie Digitalisierung kann man das mit Herzblut vortragen und mit viel Werf, ich habe das ja vorhin schon angedeutet und in der Tat ist es natürlich so, Sie haben es kurz angesprochen, wir User, die wir privat reingehen, machen da vieles, worüber wir gar nicht nachdenken, wie schnell ist das Häkchen gesetzt mit einem Klick und je länger die Datenschutzbestimmungen werden, desto länger werden natürlich auch die AGBs, die kein Mensch liest und diese AGBs sind dann auch noch in Englisch und das können meist in der Regel besser die Jüngeren, also da wird man sehen. Ja, die Vorstellung unseres nächsten Referenten, hochkarätigen Referenten, mache ich natürlich besonders gerne und könnte Sie, Herr Kirchhoff, Sie werden mir das nachsehen, journalistisch frech, ein bisschen kurz machen. Ich darf Ihnen jetzt, nein, nicht den Professor aus Heidelberg, sondern den Professor aus Tübingen vorstellen. Und hier gibt es nicht das Recht auch vergessen, da bin ich ganz sicher. Professor Kirchhoff ist bereits seit 1986 als ordentlicher Professor auf dem Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht an die dortige Universität in Tübingen berufen worden. Als Professor Kirchhoff sich 1990, also das ist schon ein bisschen länger her, gutachterlich, man höre und staune, mit der steuerlichen Doppelbelastung der Zigaretten befasste, konnte er nicht ahnen, dass Zigaretten auch im Rauchverboturteil des ersten Senats gleich zu Anfang eben seiner Verfassungsrichterkarriere ihn wieder beschäftigen würde. 2007 wurde der Staatsrechtslehrer Professor Ferdinand Kirchhoff zum Richter des Bundesverfassungsgerichts im ersten Senat gewählt. 2010 dann Vorsitzender des ersten Senats und Vizepräsidenten des Gerichts seit dieser Zeit. Dass der Vizepräsident des Verfassungsgerichts sich in Sachen Big Data auskennen muss, ist sicher auch dem Umstand geschuldet, dass der Kollege und Verfassungsrichter Masing in seinem ersten Senat für das Recht des Datenschutzes zuständig ist. Und da muss jeder und jedes Senatsmitglied, wenn denn der Kaffee gereicht wird, nicht nur im Kaffeesatz rühren, sondern muss auch Ahnung haben, wenn er ihn trinkt. Und das werden wir gleich sehen. Ich bin sicher, dass im Falle des Vortrags von Herrn Professor Kirchhoff der Kaffee ganz schwach sein wird. Das ist jetzt nicht politisch gemeint, sondern von der Schwere des Vortrags. Herr Professor Kirchhoff. Frau Leuter, Herr Schnarrenberger, meine Damen und Herren. Zuerst bedanke ich mich für die Einladung, hier sprechen zu dürfen zu einem Thema, was uns im Gericht sehr bewegt. Ich möchte aber auch gleich sagen, hier spricht zu Ihnen der Kirchhof als verfassungspolitisch denkender Mensch und natürlich nicht in seiner Funktion als Richter. Ich möchte mit Ihnen in der kurzen mir zur Verfügung stehenden Zeit zwei Dinge besprechen. Einmal die klassische Seite der Abwehr gegen die Datenflut, gegen das Eindringen in die Privatsphäre, also das nationale Recht, das betrifft meistens unsere Rechtsprechung. Und zum Zweiten den Ausblick, wo ich Rechtsprobleme sehe, wo ich Probleme des Vollzuges sehe. Also Herr Möller, das geht so ein bisschen in Richtung Kaffeesatz, aber ich versuche es in der geboten wissenschaftlichen Distanz, aber vielleicht auch doch mit einigen kernigen Aussagen zu machen. Wir wissen alle, Internet und soziale Medien, sie helfen uns einerseits im Alltag, aber sie bedrohen uns auch. Der Staat sammelt Daten, er macht seine Verwaltung dadurch kundig, es wird sicher die Verwaltungsarbeit besser, die Politik besser, aber er forscht uns das auch und er weiß alles über uns. Das ist so das Spagat, das wir leisten müssen im Datenschutzrecht. Das stellt die Frage nach der Freiheit für Bürger und Gesellschaft. Wir wollen die optimale Versorgung durch den Staat, aber wir wollen eigentlich nicht, dass er so viel von uns weiß. Wir wollen die optimale Infrastruktur, aber wir wollen frei sein, unsere Gesellschaft selber gestalten. Das sind so etwa die Gegensätze. Und deshalb darf ich Ihnen wegen der kurzen Zeit auch kurz- und thesenartig darstellen, was mich da momentan bewegt und natürlich auch, was bereits geleistet worden ist. Erstmal zum klassischen Problem, Staatbürger, Grundrechte als Abwehrrechte. Frau Leuter-Schneuernberger hatte es schon erwähnt, 1983 war das erste Urteil mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, wo man zum ersten Mal dieses Datenproblem sah, übrigens überhaupt nicht mit der Datenverarbeitung, es hatte nichts mit Elektronik zu uns, war die Volkszählung. Es ging um Formulare, um Formulare, wo einer an der Haustür klingelte und zu sagen, wie groß ist Ihre Wohnung, wie viel wohnen da, welchen Beruf haben Sie, wie ist die Altersschichtung in der Familie oder in der Wohngemeinschaft. Also das war noch ganz bodenständig. Und 1983 hat der erste Senat dieses Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung aus dem Artikel 2 abgeleitet. Da sind zwei Gedankengänge. 2.1 sagt eigentlich, der Mensch ist frei in seinem Handeln. Da gab es schon früh eine Rechtsprechung zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Er ist nur frei in seinem eigenen Handeln, wenn seine Person als Individuum mit Menschenwürde geachtet wird. Und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ging noch einen Schritt weiter und sagte, diese Voraussetzung ist nicht mehr gewahrt, wenn jemand alles über einen weiß. Also ein bisschen so wie Galliver im Land der Liliputaner, lauter kleine, feine Fäden, jeder Einzelne von sich ganz harmlos, aber in der Masse hemmt er und macht einen unbeweglich. Das war eigentlich die Ausgestaltung des 2.1-Grundgesetzes im Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Also im Hineingleiten in diese Frage, die, Frau Leute, Sie sagten das ja, die dann nachher explodiert ist förmlich, elektronisch, durch das, was Technik kann, bis heute zum Internet der Dinge und was es da alles für Begriffe kommen. Mit diesem Hineinwachsen in die Technik, in die elektronische Technik, wurde dann vom Senat das Grundrecht ausgebaut und man sagte ganz einfach, es ist alles Eingriff, die Erhebung von Daten, die Speicherung von Daten, die Verwendung und die Zweckänderung. Das bedarf alles einer Rechtfertigung vor dem Grundrecht, vielleicht die zur Löschung führt oder zur Sperrung. Hier sind wir noch in den gewohnten Bahnen des Verfassungsrechts, das klassische Abwehrrecht, wir haben entdeckt, dass hier ein Eingriff liegt, auch wenn im Computer etwas geschieht, nicht nur die reine Erhebung der Daten und dann kommt das ganze Prüfprogramm, was ein Verfassungsgericht hat, was die Verfassung aufstellt, nämlich die Rechtfertigungsfrage, ich brauche einen sachlichen Grund, der Staat muss sich legitimieren, warum er das macht und so weiter. Sie kennen das alle. Zuletzt 2008, Sie sehen, wegen der Zeit gehe ich in riesigen Schritten historisch vor, 2008 hatten wir dann dieses Grundrecht auf Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme. Ich weiß, der Begriff ist ein bisschen ungewährlich, gestehe offen, uns ist nichts anderes eingefallen. Wir wollten was Passendes finden, was zutreffendes Etikett bietet, also Sie können auch Computergrundrecht sagen, wir wissen, was wir meinen. Damit ist dieses Grundrecht wieder in einem argumentativen Sprung weitergegangen. Wir hatten erst die Handlungsfreiheit, dann die Freiheit der Person, dann das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und jetzt wird das auf den Computer sozusagen übertragen, das heißt, wird ein Objekt geschützt. Schutzziel ist natürlich das Subjekt, was diesen Computer bedient, als Tagebuch benutzt, zum Briefeschreiben benutzt, seine persönlichen Dateien ablegt. Es ist also etwa so eine Entwicklung, wie wir es sonst im Artikel 13 Grundgesetz haben. Man schützt die Wohnung, weil man den Inhaber der Wohnung, die Bewohner schützen will. Man schützt den Computer, weil man den Inhaber des Computers, den, der ihn benutzt, schützen will. Ein objektbezogener Schutz mit dem Ziel subjektiver Grundrechtsschutz, immer noch im klassischen Bereich des Abwehrrechts. Heute sind wir noch etwas weiter. Wir wissen, dass Staaten Vorratsdaten anlasslos aus dem elektronischen Individualverkehr herausholen, aus dem Internet der Dinge, aus jeder PC-Nutzung. Jetzt kommt also eine neue Gefahr, die gar nicht so sehr auf das Individuum gerichtet ist, sondern die alle Individuen als Allgemeinheit bedroht, dass der Staat immer die Nase vorne hat bei der Information, was will die Gesellschaft, was wollen bestimmte Gruppenverbände, Parteien, auch natürlich, was will das Individuum. Man kann Personalprofile erstellen. Der Staat weiß letzten Endes alles und das im unbemerkten Zugriff. Das führt ein Grundrecht partiell an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Grundrechte denken immer im individuellen Subjekt, im individuellen Eingriffsfall verlangen individuelle Rechtfertigung. Wenn das massenhaft geschieht, also Vorratsdatenspeicherung, gar nicht in Bezug auf eine bestimmte Person, dann zerfasert das in zahllose einzelne Grundrechtsfälle, Leute, die es manchmal gar nicht wissen, dass in ihre Grundrechte eingegriffen wird. Damit versagt auch partiell der individuelle Rechtsschutz vor Gerichten. Unser Rechtsschutz ist gegeben, wenn sich jemand als Bürger persönlich in seinen Rechten beeinträchtigt fühlt. Und dann kann er vor Gericht gehen. Bei diesem massenhaften Zugriff wird das ganz schwierig. Das heißt, wir müssen zusätzlich zu diesem Individualrechtsschutz, der sicher sein muss, und ich wäre der Letzte, der aus der Karlsruher Sicht des ersten Senats dagegen wäre, wir müssen weiteren Rechtsschutz finden. Wir haben das versucht, in den Urteilen anzudeuten. Das heißt zum Beispiel oder vor allem Datenschutzbeauftragte, also objektive Kontrollbehörden, die eine objektive Rechtskontrolle machen, weil unser Individualschutzsystem es partiell nicht schafft. Es gibt noch andere Methoden, also zum Beispiel, dass das Verbände mit Verbandsklage machen und die politischen Reflexe heutzutage, wo man so ganz schnell entscheidet, ohne nachzudenken, finden das meistens ganz gut. Bei den Verbänden habe ich da, wie allgemein bei Verbandsklagen, auch immer ein kleines Problem. Verbände haben Eigeninteressen. Wenn Sie an Umweltschutzverbände denken, wenn Sie jetzt, das ist ja gerade modern, diese Ernährungsschutzverbände denken, die nehmen sich, wenn Sie einen Fall haben, nicht den größten Sünder, sondern die nehmen sich die größte Firma, die bestbekannteste Marke, weil sie dann mehr Einfluss haben. Dann wird das ein Medieneklar, sonst versagt das. Ein Beispiel für die Eigeninteressen. Deshalb meine ich, man sollte vielleicht gar nicht so sehr in Verbandsklage nachdenken, sondern objektive Instanzen, die dann auch sich rechtfertigen müssen, vielleicht, also objektive staatliche Instanzen, hier mehr fördern. Das Letzte in diesem klassischen Bereich ist andere Staaten. Andere Staaten hören mit, sammeln auch, denn es ist ein weltweises Netz. Sie sagten bereits NSA und was da in der amerikanischen Botschaft neben dem Brandenburger Tor passiert. Wir wissen es nicht genau, aber wenn man da die Dächer und die Kuppeln sieht, dann kommt man auf ganz komische Gedanken, was da so alles möglich wäre und ja wohl auch gekommen ist. Hier versagen unsere Grundrechte natürlich völlig. Grundrechte, die deutschen Grundrechte des Grundgesetzes schützen vor der deutschen Staatsgewalt. Nicht vor fremden Staatsgewalten, nicht vor anderen. Nur vor der deutschen Staatsgewalt. Hier wird man sich vielleicht auch noch etwas anderes ausdenken müssen. Es könnte sein, wieder im Verlassen des Individualgrundschichtsschutzes, dass aus den Grundrechten Schutzpflichten einhergehen, dass der deutsche Staat verpflichtet ist, aus grundrechtlicher Schutzpflicht für seine Bürger bei diesen Dingen einzuschreiten oder sie zumindest zu kanalisieren. Nochmal, das ist keine Rechtsprechung. Das ist nur eine Überlegung, die sich natürlich aufdrängt. Denn die Grundrechte wollen die Freiheit für die Person, auch die Freiheit für elektronische Aussperrung. Das ist sozusagen ein objektives Ziel. Wenn die Wirklichkeit auswandert, in diesem Beispiel, dass fremde Staaten diese Freiheit kaputt machen, dann ist die Frage, ob die Grundrechte dogmatisch nachwandern müssen und ja auch etwas sehen. Das wäre also so, und ich meine, das ist nicht im Kaffeesatz gelesen, sondern das ist vielleicht schon eine sehr konkrete Überlegung zu der Entwicklung unserer Grundrechte, wie sie sein könnte. Nochmal, das ist nicht Rechtsprechung, das ist auch nicht irgendwie angedeutet. Ich will ja keine Rechtsprechung mit andeuten, aber es ist eine Frage, die sich objektiv stellt. Damit komme ich zum zweiten Teil, denn ich will ja nicht so lange reden, zu den neuen Problemen. Abgesehen vom einzelnen ärgerlichen Fall, dass jemand meine Daten nimmt und mich beeinträchtigt, weil er alles über mich weiß, haben wir jetzt das Problem, dass wir Internet, soziale Dienste, Wikipedia, Amazon, was es da so alles gibt, aus unserem Leben nicht mehr wegdenken können. Und zwar nicht nur als Privatpersonen, sondern auch beruflich. Auch, ich würde sagen, keine Bank, kein Verkehrssystem funktioniert heute noch ohne Internet. Das ganze Bestellverhalten, ein großer Teil unserer Wirtschaft und wir sind auch darauf angewiesen. Wenn wir was kurz nicht wissen, sagen wir es ehrlich, wir gucken doch alle kurz bei Wikipedia nach oder googeln das. Wir wissen, dass die Informationen vielleicht nicht sicher sind im Sinne einer Belegbarkeit, dass da auch andere Interessen dahinter stehen, aber die schnelle Information, wenn ich in eine fremde Stadt fahre und will mein Hotel finden, das mache ich auch auf diese Art. Da bin ich meistens gut bedient. Kurz und gut, die elektronische Vernetzung, diese sozialen Netze, die globalen Netze, die sind mittlerweile Teil unserer Infrastruktur, auf die wir im Alltagsleben angewiesen sind und selbstverständlich davon ausgehen, dass sie funktionieren. Das macht Probleme. Und zwar das Erste, haben wir unsere Grundrechte, die uns schützen vor dem Staat, aber wir haben nicht Grundrechte oder außer einem keine Grundrechte, die uns schützen vor Privaten. Diese Netze werden von Privaten betrieben. Da ist kein Staat dahinter. Ich lasse jetzt mal die Sondersituation China oder ähnliches draußen. Ich nehme mal unser europäisches oder das westliche System. Das wird von Privaten betrieben. Der Grundrechtsschutz läuft ins Leere, weil Grundrechte in der klassischen Abwehrhaltung seit dem preußischen Polizeistaat immer denken, da ist der übermächtige Staatsgewalt und ich muss mich wehren. Und jetzt kommt die übermächtige Gewalt nicht im Sinne Polizeigewalt, Verbot oder sowas, sondern Leistungsangebot oder Leistungsverweigerung. Und Leistungsverweigerung, wenn ich auf die Leistung angewiesen bin, das ist hart an einem Verbot. Das greift genauso ein. Also das stellt neue Fragen. Wir haben ein neues Schutzbedürfnis, nicht gegenüber der Staatsmacht, sondern gegenüber Akteuren, die aus dem privaten Bereich kommen, die eigentlich gar kein Grundrechtsthema sind, stellt wieder die Frage der Schutzpflichten, diese neuartige Situation. Es wirft noch andere deutliche Fragen auf. Zum Beispiel, wenn diese Infrastruktur, die wir brauchen, notwendig im Alltagsleben, wenn die von Privaten betrieben wird, was machen wir, wenn sie irgendwo defizitär ist? Das haben wir in Baden-Württemberg, in den ländlichen Gebieten zum Beispiel. Die Wirtschaftsunternehmen, der Mittelstand leidet dort, die sind nicht richtig angeschlossen. Das ist vielleicht nur eine Frage des Netzes. Aber generell, was machen wir, wenn die Infrastruktur nicht mehr funktioniert? In unserem Verkehrssystem, Straßen, Bahnen und so weiter, das ist uns klar, wenn die Straße ein Schlagloch hat, dann gehen wir zur zuständigen Behörde und sagen, mach das mal weg und wenn er sagt, ich habe kein Geld, sage, wofür zahle ich meine Steuern? Etwas holzschnittartig, kurz gesagt. Wir wissen, der Staat hat Geld, der Staat hat Geld zu haben, der macht das. Wenn wir zu einem Privaten gehen, der kann Ihnen ins Gesicht sagen, das Geschäftsfeld, was Sie gerne wollen, betreibe ich nicht, das bringt mir keinen Gewinn, da ziehe ich mich zurück, ich bin als Privater auf Gewinn ausgewiesen und Sie können nichts machen. Das heißt, die Gewährleistung, dass diese Infrastruktur, die wir brauchen, immer da ist, die haben wir bei einem Privat nicht so wie beim Staat. Das ist eine Gefährdung, das heißt aber auch, und jetzt gehe ich mal sozusagen auf die andere Seite des Datenschutzes, irgendwo müssen wir diese Unternehmen auch pflegen. Sie tragen nämlich etwas zum Allgemeinwohl bei und das dürfen wir nicht einfach wegleugnen. Das kumuliert in einer Frage, wir beklagen immer, wieder Richtung Datenschutz, dass wir mit unseren Daten bezahlen, ich finde das auch ärgerlich. Nur irgendwie bezahlen müssen wir die doch, die müssen doch Gewinne machen, sonst können sie nicht existieren. Also wird letzten Endes die Frage wohl sein, wenn wir nicht mit Daten bezahlen wollen, das wäre auch meine Meinung, müssen wir mit Geld bezahlen, dann wird das teuer oder zumindest kostenpflichtig, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also dieser Frage darf man nicht ausweisen. Dann sind diese privaten Betreiber globale Akteure. Man kann ja eigentlich das Wort global nicht mehr hören, aber hier stimmt es wirklich, weltumspannende Netze mit wenigen nationalen Ausnahmen. Das macht erstmal ein verfahrensrechtliches Problem. Wer ist denn der Adressat meiner Rechtsansprüche, wenn ich mich wehren will, wenn ich ein Verband wehren will, auch wenn sich ein Staat wehren will? Mir ist immer noch der Fall vor Augen, vor zwei Jahren spielt der vom Amtsgericht Reutlingen. Da wollte jemand eine Eintragung aus Facebook entfernen und der Reutlinger Amtsrichter ist nur dabei gewesen zu wissen, wem er eigentlich nun diese Klage zuschickt. Erst nach Deutschland, Facebook hat den Kopf geschüttelt und sagen, sie wären eigentlich nur ein Büro und ein Aushängeschild, aber sie wären rechtlich überhaupt nicht zuständig. Dann wurde Irland entdeckt, wo eine juristische Person war, die das betrieb, die sagen, nee, wir sind nur das Ausführungsorgan, das sitzt in Amerika. Also das heißt, es kann sein, dass sie ein gutes Recht auf Datenschutz haben, nur sie können es nicht durchsetzen, weil sie den Partner oder Gegner, wie sie es nur nennen wollen, nicht finden. Also das ist das Erste, was man machen muss. Daran scheitern auch manchmal Parlamente und Frau Leutheiser-Schnarrenberger, das ist das Einzige, wo ich vielleicht ein bisschen anders denke, als das, was Sie hier gesagt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das nur mit Regeln, Abkommen auch bi- oder supranationaler Art schaffen. Diese Akteure entziehen sich, die entziehen sich sogar bewusst jeglicher Rechtsordnung. Es gibt ernsthafte Vorschläge, dass man Server und ähnliches auf Schiffen auf die hohe See gibt oder in Satelliten. Nicht, weil das technisch besser wäre, sondern auf hoher See bin ich in keiner Rechtsordnung. Also die internationale Seerechtsordnung ist ja nicht das Thema, was wir überhandeln. Dann wäre das vielleicht anders. Das heißt, ich entweiche gezielt eine Rechtsordnung und eine Rechtsordnung funktioniert nur, wenn ich Rechtsgenossen habe, die überall mitwirken, die das überall mitmachen. Also das ist ein bisschen schwierig. Da muss man Acht geben, wie man das dann nachher vollziehen will. Denn wie machen das momentan diese globalen Akteure, gerade zum Beispiel beim Löschen oder Sperren, das machen sie nach eigengeschaffenen Regeln. Ich gestehe ihnen gerne zu, das machen die guten Willens. Das würde ich sicher sagen. Aber nach welchen Maßstäben machen die das? Das machen die sicher nicht nach irgendwelchen rechtlichen, sondern eher nach kaufmännischen Maßstäben. Kein Ärger, es muss sich lohnen, wir wollen das Gebiet so betreiben, dass es für uns Gewinn bringt. Was legitim ist, das ist also etwas ganz anderes. Und außerdem, sie machen das mit ganz unterschiedlichen Mentalitäten und Wertvorstellungen. Also denken sie an die Meinungsfreiheit und dann dieses schöne Wort unangemessene Inhalte mitteilen oder löschen. Wenn sie Kunsthistoriker sind und stellen ein Bild von Michelangelo's David ins Internet, das wird sofort gelöscht. Das ist nämlich die Statue eines unbekleideten Mannes. Hier kommen hier prallen Welten aufeinander. Denken sie nur Religionsinhalte oder um ein anderes Beispiel zu sagen, wenn sie nach französischem Recht gehen, dann müssen sie sagen, dass in Armenien 1916 ein Genozid stattgefunden hat. Wenn sie der Türkei das ins Netz stellen wollen, dürfen sie das nicht sagen. Völlig unterschiedliche Wertvorstellungen, Mentalitäten prallen aufeinander. Also wir haben auch gar keine internationalen Rechtsregeln, nicht mal internationale Werte übereinstimmen, was wir wollen. Man kann sagen, Toleranz und so, ist alles richtig. Nur, wenn es an Inhalte eines Netzes geht, sehen Sie auch, was bei Google Spain passiert ist. Der Fall, den der EuGH zu entscheiden hatte, da wurde ja dem Betreiber aufgegeben, zu löschen und Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, wenn man es etwas plakativ sagt, der Sünder soll nicht nur bereuen, sondern soll sich künftig richtig verhalten. Ich stehe auch dazu, das haben die sicher subjektiv ehrlich gemacht. Nur, plötzlich wird Google sogar die Instanz, die sagt, was wir ins Netz stellen dürfen und nicht. Wenn das passiert, habe ich ein bisschen Probleme mit meinem Grundrechts- und Freiheitsverständnis. Und wenn wir da internationale Abkommen oder Ähnliches haben, dann ist die Frage, wie können wir das eigentlich erreichen? Und damit bin ich auch bei der Kontrolle und bei der Durchsetzung. Ein schönes Abkommen, ja gut, aber was machen wir mit dem Server von Google, der dann auf hoher See ist? Da prallen alle Abkommen ab. Es geht immer nur, wenn es in die nationale Rechtsordnung geht. Da gibt es natürlich Möglichkeiten. Wenn wir ein nationales Netz verwenden, also ein erdgebundenes Netz, territoriale Souveränität, wenn da konkrete Geschäftsbeziehungen angebahnt werden, die nachher finanziell abgewickelt werden müssen, Kauf im Internet und so, da muss ich immer die nationale Rechtsordnung und dann kann ich sagen, wenn da so oder so angebahnt worden ist, dann wird das in der nationalen Rechtsordnung nicht akzeptiert. Aber so dieser allgemeine generelle Informationsfluss, der funktioniert dann nicht, den kriegen wir nicht in eine nationale Rechtsordnung. Es wäre schön, wenn wir eine internationale Rechtsordnung bekämen, aber die muss dann auch verbindlich sein und vor allen Dingen muss auch durchgesetzt werden. Und wer macht das? Machen die das? Die Staaten im Konzert, dann bleibt der rechtsfreie Raum zum Beispiel auf der Hohen See und in der Luft draußen. Wenn es nationale Staaten machen, wird es da deutliche Unterschiede geben. Wir sehen das ja sogar schon beim Vollzug von IG-Verordnung durch die 28 Mitgliedstaaten, welche unterschiedliche Vorstellungen da herrschen, obwohl man doch aus einem gemeinsamen Kulturkreis kommt. Das ist also alles nicht so einfach. Ich habe in dieser Woche eine Meldung gelesen, dass das US-amerikanische Handelsministerium die Kontrolle über die Verwaltung der Domains aufgibt. Die Agentur sitzt in Los Angeles und da war bisher eine Rechtsaufsicht. Und ich muss auch sagen, mein politischer Reflex sagt im ersten Moment, gut, endlich wird das nicht nur durch eine einzige nationale Einheit gesteuert. Jetzt soll das gesteuert werden durch ein Gremium aus Nutzerverbänden, aus Betreibern und auch aus staatlichen Interessenten, wenn ich recht informiert bin. Wie ich das gelesen habe, wurde ich etwas unsicher. Ist das wirklich ein Fortschritt von einer strengen Rechtsaufsicht? Zwar nur durch einen Staat, das war das Ärgernis. Von einer strengen Aufsicht durch einen Staat kommen wir jetzt sozusagen in eine Selbstverwaltung, in eine Selbstorganisation, wo die Betreiber die Netzmacht und wahrscheinlich auch die finanzielle Macht in der Hand haben. Die verwalten sich selbst, machen die wirklich Regeln zum Schutze des Bürgers, der Gesellschaft und Ähnliches. Auch hier subjektiv sicher guten Willens, aber dieses System wird objektiv in eine andere Rechtsregelung hineingehen. Ganz abgesehen davon, dass ich dann nicht wüsste, welches Gericht das überprüfen sollte. Das ist wieder die Frage, wie ich auf international, global agierende Unternehmen zugreife. Also, ich will hier nicht Kassandra rufen, aber ich möchte nur sagen, es ist in der Zukunft noch etliches zu tun. Wir haben etliche Probleme offen, die man auch nicht national allein erledigen kann, wo man aber zumindest zu Konsens kommen muss, was wir wollen, was wir nicht wollen, wo man den Bürgerschutz in den internationalen Bereich reinbringen muss, außerhalb der Klagemöglichkeit durch nationale Gerichte. Letzten Endes meine ich, und damit möchte ich auch schließen, wir müssen wahrscheinlich hochhalten, das wäre so meine Zielprojektion, grundsätzlich ein subjektives Recht des Nutzers an seinen Daten. Das heißt, wer eingreifen muss, der, wer eingreifen will, der muss eine Rechtfertigung vorweisen, eine Finanzierung für die privaten Betreiber dieses Netzes, das wir notwendig brauchen, durch Daten oder durch Geld und letzten Endes auch eine wirksame Gerichtskontrolle. Aber bis man dahin kommt, muss man erst noch viel Gedankenarbeit leisten und dann viel politische Überzeugungsarbeit. Dankeschön. Applaus Ja, einfach ganz herzlichen Dank, Sie haben uns ja gerade zu einem digitalen Blumenstrauß überreicht, ich habe aber den Eindruck, da sind auch eine Menge Rosen drin, die zwar schön aussehen, aber doch Dornen haben, und Rosen haben ja keine. Duften können also gut bringen, wir setzen uns jetzt einfach mal für die Diskussion hin, damit wir sie auch im Blick haben. Ich frage gleich mal ins Publikum, erste Frage, sonst mache ich oder spiele ich wieder den Eisbrecher. Ja. Ganz kurze Zwischenfrage, haben wir ein Mikro oder? Ja, wenn Sie, das wäre schön, ja. Ich weiß nicht, ob die hinter Ihnen, aber. Das war jetzt der Rundumschlag zum Schluss. Nein, Dankeschön. Eine Menge Fragen. Ich möchte es ganz kurz machen, einmal mit dem Jammen. Sie können euch gleich den elektronischen Krieg ausrufen, ich bin mehr für die Regelung durch Recht und Friedlich. Außerdem, wenn Sie jammen, wir brauchen das Netz. Wenn das nur so angeboten wird, dann schießen Sie sich selber aus der Leistung raus, die Sie brauchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ich glaube, das ist nicht die Lösung, das müssen wir wohl anders machen, zumal, wie gesagt, mein Verständnis, wie wir die Gesellschaft ordnen, das ist nicht mit der Knarre in der Hand und dann wird gleich durchgeladen, das wäre das eine. Zweitens, diese Domainverwaltungsagentur, das war nur ein Beispiel von mir, ob das richtig ist, aber auf der anderen Seite muss ich Ihnen auch sagen, mit dem Namen können Sie viel machen, nicht? Also, wenn es eine Domain Coca-Cola gibt und die wird Ihnen genommen und die dürfen jetzt nur braune Brause draufschreiben, dann werden die sicher einen ordentlichen geschäftlichen Verlust haben. Also, man kann mit Benennungen oder mit Ausgrenzung von Benennungen auch Themen belegen. Wie wir das auch in der Politik so schön machen, wer den richtigen Begriff erfindet, hat plötzlich die Thematik in der Hand und leitet die Diskussion. Also, das ist ein bisschen schlimm. Das andere mit Geld oder Daten, das ist richtig, der Benutzer geht meistens den bequemsten Weg, aber da wäre vielleicht so ein bisschen ein legislatives Nudging angesagt. Also, da gibt es ja auch Zwischenbereiche, wie man das machen könnte. Auf diese Weise würde ich das sagen. Und ob der Schulunterricht in EDV gut ist, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich möchte nur über was aussagen, wovon ich was verstehe. Bitte. Ich habe noch eine ganz kurze Zusatzfrage. Mit dem, ja, ich habe das eigentlich ein bisschen beantwortet. Also, ich bin ja vor, wer hilft mir da? Die Frage ist doch, wenn ich das Recht verstehe, weil die Welt haben wir nicht zum Teil schon gelöst oder ansatzweise gelöst wird. Wir sind doch nicht auf einem wertfreien Planeten. Wir haben auch Menschenrechte die unter, wir haben internationale Institutionen. Die Frage ist doch nicht, welche Anrufe ist denn um im besten Fall ethische Normen auch auf internationalen Ebene das Problem der Gesteine beide, die wirtschaftlich und die wirtschaftliche und die wirtschaftliche Versöhnung zu tun haben? Also, ich hatte die Frage gestellt, Sie haben sie nochmal wiederholt und verlangen von mir jetzt die Antwort. Das ist mein Problem. Ich meine, wir müssen uns erstmal international darauf einigen, was wir wirklich wollen und was wir nicht. wollen, also wir müssen den Freiheitsraum der Gesellschaft des Einzelnen definieren, nicht nur im akademischen Sinne, sondern so definieren, dass da alle beteiligten Staaten oder die Wesentlichen mit einverstanden sind. Das wollte ich auch sagen mit meinem Beispiel, wenn man in Religion geht, mit dem David von Michelangelo, dass hier deutlich unterschiedliche Vorstellungen bestehen. Das muss man erstmal klären, das wäre das Erste. Und das Zweite, wenn man das dann rechtlich verbindlich irgendwie regelt, muss man sehen, wer das exekutiert, auch in dem Bereich, der momentan bei uns noch ein rechtsfreier Raum ist, also die Hohe See und der Luftraum, das sind die schönsten Beispiele. Man muss das nicht auch sehen, wie man das gegenüber anderen Staaten dann exekutiert, wenn die andere Vorstellungen haben, da ausbrechen und so weiter. Aber ich habe nicht das Wunderrezept. bitte. Da habe ich auch weniger eine Frage, sondern eine Anmerkung. Aber bitte kurz. Ja, theoretisch ist das jetzt sehr schön, da fällt einem sofortig beeinten Nationen ein, aber mit all der Erfahrung, die man seit 2014 hat, letztes Beispiel ist jetzt der Syrien-Krieg, ist das ja gar nicht zu machen, die Merkvorstellungen sind zu unterschieden, Sie haben das auch selber gesagt, das ist schon auf staatlicher Ebene, also da die Rechtsprechung nicht einzubinden, wird sehr schwierig sein. Wie ist das dann aber erst im Privaten, wenn man also die Dinge privatisiert, das haben die ja auch angeschnitten, in den Verbänden, wird das nicht alles noch schlimmer. Das merkt man ja auch gegen diese Vorbehalte, die man gegen die Zehnter und die. Ich weiß nicht, ich bin erschrocken und sehe keine Lösung. Also wir können sicher nicht schnelle Lösungen finden. Ich wollte nur das Bewusstsein dafür wecken, sagen, dass man da sehr weit und sehr international denken muss, dass man sich dem stellen muss und außerdem noch mal, es ist ganz wichtig zu sehen, dass uns diese ganze elektronische Vernetzung im Internet erstmal einen unglaublichen Schub an Wissen, ich möchte fast sagen an Bildung, an schneller Kommunikation und auch irgendwie an friedenstiftender, internationaler Vernetzung gebracht hat. Also ich muss heute nicht mehr die Zeitung lesen, ich sage jetzt, was Sie besonders freut. Ich muss jetzt nicht die Zeitung lesen, sondern ich gehe ins Internet und dann rufe ich das Weiße Haus auf und dann kriege ich die Pressemitteilung Direktissima. Das ist ein Gewinn. Und der Gewinn ist auch vielleicht der eine oder andere hier, der Enkelkinder hat, die in Amerika sind, über FaceTime und Internetverbindungen kostenlos telefonieren, also da ist schon ein großer Fortschritt. Herr Professor Kirchhoff, bevor ich dann noch mal ins Podium gehe, Sie haben ja einen Stein ins Wasser geworfen, von dem ich sage, es ist immer interessant, Verfassungsrechte und Verfassungsrichter beim Denken zuzusehen oder mal gucken, was dabei rauskommt. Sie haben gesagt, das Grundgesetz schützt ja nur vor deutscher Staatsgewalt. So, wenn jetzt das Grundgesetz von außen angegriffen wird, dann hätte der Staat, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, oder darüber müsste man darüber nachdenken, ob der Staat dann nicht sozusagen für einen auftreten muss, um einen verteidigen zu können. Können Sie das noch mal ausführen, in welchen Gedankengängen Sie das sozusagen weitersehen? Nochmal mit der Betonung, dass das meine privaten Gedankengänge sind. Wir haben ja entwickelt die Schutzpflicht aus den Grundrechten, das heißt nicht der klassische Abwehrstatus, sondern dass der Staat sich schützend vor bestimmte Freiheitsbereiche stellen muss. Das ist eine objektive Verpflichtung, die erreicht nicht die Intensität der Grundrechte. Man muss mit diesen Schutzpflichten auch vorsichtig sein, nicht immer, wenn ein Bürger gequält aufschreibt, ist er gleich der Staat mit der Schutzpflicht zur Hand, sondern wenn man wirklich irgendwo eine Schutzlücke größerer Art sieht und die dürfte sich hier, wie ich das sehe, wohl auftun, dann ist der Staat verpflichtet, irgendeine Maßnahme zu unternehmen, die diesem Schutz der Bürgerfreiheiten wiederherstellt. Was er tut, liegt im legislatorischen Ermessen, aber es könnte sein, dass man diplomatisch, also wenn wir jetzt noch darauf hinweisen, dass ein fremder Staat bei uns abhört, dass er diplomatisch vorgeht, dass er versucht, ein Abkommen zu schließen, auch, also dass er im Grunde genommen alle Mittel des Völkerrechts anwendet, die er sonst hat. Das ist alles sehr weich und sehr unbestimmt. Ich wollte nur mal den Weg zeigen, wie wir vielleicht auch dort mit Hilfe des Rechts tätig werden können, und zwar mit Hilfe von Grundrechten, deren Schutzziele ja in der westlichen Welt fraglos anerkannt sind. Das ist die Stärke der Grundrechte. Also, dass wir gegen Diskriminierung sind, dass wir für meinungsfrei sind, da brauche ich keinen Westeuropäer noch groß überzeugen. Da nickt er mit dem Kopf und sagt ja, also da können wir schon auf dem Fundament aufbauen. Das ist der Vorteil dabei. Ja, aber wie gesagt, richtig ist, wenn ich Sie, ohne Sie in Ihrer Funktion anzusprechen, aber diesen Gedanken müssen wir weiterentwickeln, nicht? Denn der wird ja dringend und bei der, Sie haben das Wort global genommen, ich nehme es auch einmal, bei der globalen Vernetzung, wird das irgendwie vorangetrieben werden müssen. Wir hatten zunächst hinten, dann Sie und dann hier noch und dann schließe ich aber die Liste. Bitte. Könnten Sie eine Idee lauter sprechen? Ja. Ich hätte eine Frage, es waren zu genannt, ab und wieder hier vorne drauf, Freiheit, die digitale Welt, Sie haben uns kurz geschildert, dass Weltweit sehr schwierig ist, das kann rechtlich begreifen, zugehen, da keine Suchverschuldung, sondern eine Firma mit die Jagen sind, das muss man auch wissen, man kann sich auf dem Enzien umfallen, den man alternativ zuverschuldigen ist, also nicht zugehen, sondern da, 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 das heißt, es hat damit was und das mögliche dafür, aber auch wieder laden, ich habe da gerade meine Probleme gehabt, wo Sie sagen, soziale Zeitung, das kann ich auch lesen, die örtliche, allerdings, wenn ich dann auf eine große deutsche, ich bin jetzt jetzt in der Deutschzeitung, in vier Punkten da und schaue, dann wird das verwehrt, wenn ich meine Kuppies da habe, in meinen Kuppen. Und wer da nicht vielleicht ansieht, dass man nachzumachen vielleicht eine Regelung aber das wäre jetzt der Ruf nach kostenfreier Nutzung, da habe ich so meine Bedenken, also es gibt kein Grundrecht auf kostenlose Benutzung des Internets. Ich will jetzt nicht die Frage der so wenigen sozial Schwachen ansprechen, die das vielleicht brauchen, aber sonst, wenn wir eine Leistung nehmen, die ein Fremder bietet, in unserer leider sehr kommerzialisierten Welt müssen wir dafür bezahlen. Da, in dem Bereich sehe ich also nicht das Problem, ich sehe mehr das Problem, wenn ich nur auf eine Zeitung zugreifen kann, in anderen Ländern, wenn ich nur auf einen Meinungsgeber zugehen kann oder wenn Nachrichten nicht offengelegt werden, woher sie kommen, wenn Nachrichten kommerziell bestimmt werden, da ist das Problem. Ja, bitte. Können Sie aufstehen, vielleicht hört man das dann besser. Also meine Frage ist eher, ob Sie einen Schaden sehen, ja, wenn das ja wäre, internationales und nationales oder Grundrecht, gibt es eine Chance, da auf europäisch vorzugehen, das heißt, die europäische Union werden die auch deren Interessen zu verschieben, wo eben diese Rechte geschützt werden können, die europäische Bürger. Ja, da sehe ich eine gute Chance, einen enormen Schritt weiter zu kommen, wir sind ja auch mit dieser Grundaufordnung weitergekommen, diese privaten Unternehmen müssen verdienen, müssen Gewinn machen und diesen Gewinn ziehen sie meistens aus irgendwelchen vertraglichen Bindungen, entweder, dass ihnen etwas verkauft wird oder dass ein anderer da Werbung platzieren kann und das geht immer in die nationale Rechtsordnung und das geht auch in die europäische Rechtsordnung und die europäische Rechte, der Binnenmarkt ist halt eine große Marktmacht, die werden ganz anders gehört, wenn Lichtenstein etwas entwirft, da wird kaum einer draufhören, aber wenn die ganze EU eine Grundverordnung hat, mit allen ihren Problemen, darüber will ich jetzt nicht reden, dann ist das glaube ich ein deutlicher Schritt, auch, ich glaube auch diese Grundverordnung ist das erste Instrument, dass die EU in diesem Bereich mal die Muskel spielen lässt. Vor allem, ich meine, man hat immerhin vier Jahre gebraucht, in vier Jahren verändert sich die Technik im Internet, also von 2.0 auf 4.0, das heißt man kann auch im Prinzip immer nur hinterherlaufen, aber in der Tat ist es ein guter Ansatzpunkt. Es tut mir leid, wir haben hier noch eine Frage und dann würde ich gerne auch mit einem Blick auf die Uhr abschließen. Wir haben aber nachher noch Diskussionen, da können Sie diese Fragen, wenn Sie sie notieren, auch einbringen. Ich war mir vor, ich habe ja immer schon mal in der Vorlesung gesessen und bin im Staatsorganisationsrecht von Professor Nettesheim ausgegeben. Deswegen zur Frage, die sich jetzt stellt, heute Morgen war ein Radio, dass der Schleswig-Holstein von der Hamburg-Staaten-Schutzbeauftragte 35 Millionen deutschen WhatsApp-Nutzern dringend an WhatsApp nicht weiter zu benutzen und er hat angeblich ja auch verboten, dass da Daten ausgetauscht werden mit Facebook, was ich schon als Ausdruck dessen bezeichne, dass er offensichtlich keine Ahnung hat, denn WhatsApp ist von Facebook gekauft. Nochmal dazu sagen, das hat 5 Milliarden Euro kostet pro Nutzer-Datensatz etwa 40 Euro. WhatsApp ist nach wie vor um sonst und fragt sich ja schon, warum gibt jemand dafür so viel Geld aus? Und das wäre jetzt die Frage Nummer 1, erwarten wir jetzt dann, ich glaube in der Vorlesung ging es da um den Fall wirken, da ging es noch ein Flüssig-Ei in Nudeln und jetzt ist da auch, dass demnächst fressiv und ein tolles Schritt und auch die deutschen Staaten schaffen das, weil sie da keine E-Buch nicht auswesend haben, wie sie das wollen. Zweite Sache ist, es sind nur noch europäische Gewichtshof, also auch in den Vereinigten Staaten, klagen die aber schön auf die lange Bank geschoben werden, weil sich keiner damit befassen bin. Es geht darum, dass die Frage herrscht, sind die Metadaten, also nicht die Kontexte, nicht die Inhalte, tatsächlich Public Domain oder sind das das Privat-Einkommen? Und nehmen wir das Beispiel mit Facebook und WhatsApp, in zwischen mit End-to-End Verschriften, das heißt der eigentliche Inhalt ist nicht mehr nachflügbar für einen Geheimdienst oder auch für den Betrieb selber, nur aus dem Kontext, wer, wann, mit wem Kontakt hatte, kann ich mit dem Logarithmus bis zu 90% des Kontextes berechnen. Also Google wäre deutlich besser in der Lage, aus irgendwelchen, ich sag mal, ist am besten Posts eine eventuelle Anschlagsgefährung herauszurechnen, als er von Regalen hinbekommt. Aber die Frage ist doch die, oder Sie möchten gerne wissen, wie Sie dazu stehen, hier in Deutschland, nationales Recht, die Metadaten, wann, wer, mit wem, nicht der Inhalt, also sozusagen Übertragung, welcher Vorstände ist das auch, welcher ist, ob es welcher ist, sollte das nicht auch in der Artikel 10 kommen oder fällt es nicht eigentlich darauf? Danke. Gibt es eine ganz klare Antwort, die wir aber auch schon in der Rechtsprechung gegeben haben, es ist nicht nur der Inhalt der Kommunikation, sondern es ist auch die Verkehrsdaten geschützt. Also Artikel 5 oder 10 und 13, je nachdem, wo das gerade läuft, sagt ganz klar, ist auch geschützt. Also es ist ein Eingriff in die Privatsphäre, wenn jemand auf diese Daten zugreift. Das haben wir natürlich wieder in dem klassischen Abwehrgrundrecht Privater gegenüber dem deutschen Staat entwickelt. Aber da ist die Aussage ganz klar, wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, die Verbindungsdaten als solche sind natürlich viel weniger aussagekräftig. Und zweitens, es gibt ja manchmal auch erfreuliche Dinge in diesem Problemfeld. die öffentliche Meinung hat wohl diese globalen Akteure dazu gezwungen, zu verschlüsseln. Also die öffentliche Meinung spielt da eine große Rolle. Das haben die ganz ungern getan und dass das jetzt verschlüsselt ist, das ist auch ein Gewinn. Also die echten Inhaltsdaten, dass die nicht meine WhatsApp lesen, was ich meiner Frau schreibe oder was sie mir schreibt. Ja, Herr Wasserkirchhoff, ich bedanke mich sehr herzlich, ich glaube auch im Namen des Auditoriums. Ich habe natürlich die Gelegenheit genutzt, ich habe das immer in Klammern gesehen, ich habe natürlich den Staatsrechtslehrer Privat, Professor Kirchhoff, hier natürlich nur reden hören, das andere habe ich immer weggehört. Darum habe ich auch danach nicht gefragt. Nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren, Dankeschön. noch nicht, die Kaffeepause kommt noch nicht. Herr Link wird es mir ein bisschen nachsehen, ich habe ein bisschen überzogen, aber wir hängen gleich ein bisschen auch dran bei Ihnen, also hier geht der Gleichheitsgrundsatz, egal wie. Ja, meine Damen und Herren, wie sieht es eigentlich mit den Menschenrechten in anderen Staaten aus, das war eben schon in den jeweiligen Vorträgen angesprochen worden und zur Beantwortung dieser Frage hat die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit einen Referenten gewinnen können, der kompetenter kaum sein könnte, meine ich. Wenn ich jetzt den Heilbronner Stadtrat Michael-Georg-Link ankündigen würde, würde ich sicher in viele Fragen im Gesichter blicken. Aber so ganz falsch wäre es eigentlich nicht. In erster Linie ist allerdings Michael-Georg-Link derzeit Direktor des Büros für, ich sage es auf Deutsch, Demokratische Institutionen und Menschenrechte, also englisch abgekürzt wunderbar, ODIHR, es gibt übrigens Informationsbroschüren darüber hinten, die Sie auch nachher mitnehmen können, der OSZT mit Sitz in Barschau. Die OSZE, das wissen Sie natürlich alles, ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit 57 Teilnehmerstaaten in den USA, Europa und Asien, immerhin die weltgrößte regionale Sicherheitsorganisation. Sie arbeitet daran, mehr als eine Milliarde Menschen in Frieden, Demokratie und Stabilität, dass diese Menschen da drin leben können. Die ODIHR ist dabei, wenn ich das richtig, ich sage es in diesem Falle gegoogelt habe, die größte Organisation der OSZE. In seinem Amt wurde Michael-Georg-Link 2014 von den 57 Außenministern der Teilnehmerstaaten gewählt, sicher auch, weil er als ehemaliger Staatsminister, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger hat es schon angesprochen, im Auswärtigen Amt über internationale Erfahrung verfügt und auch als langjähriger Bundestagsabgeordneter der FDP immer schon wirklich gut international vernetzt war und vernetzt ist. Ich bin jetzt noch schuldig, was ist das mit dem Heilbrunner Stadtrat? Ja, das ist die Bodenhaftung, jedenfalls sehe ich es so, die Michael-Georg-Link trotz aller Internationalität hat. Er ist nämlich immer Heilbrunner Stadtrat geblieben und nimmt auch dieses Amt so gut es geht einfach wahr. Aber, Herr Link, wir werden jetzt mal über das Heilbrunner Rathaus hinaus schauen, ob die Menschenrechte in die große, weite Welt bitte zu Ihrem Vortrag zur Lage der Menschenrechte in den USZE starten. Bitte schön. Lieber Herr Möller, der Heilbrunner Stadtrat ist froh, dass er nach Karlsruhe fahren kann und ist Karlsruhe dankbar, dass es sowas wie die KVV und die AVG gibt, denn dadurch kann er mit der Stadtbahn ohne Umsteigen direkt nach Karlsruhe fahren. Soviel zum Thema Kommunalpolitik, die uns aber heute nicht beschäftigen soll, die aber in der Tat, das sage ich auch ganz deutlich, gerade eben zu meiner beruflichen Tätigkeit, einfach auch immer ein ganz wichtiger Kontrast ist in meiner Heimatstadt, in der ich wohne, denn vor Ort sehen die Dinge manchmal ganz anders aus als in den internationalen Konferenzsälen, deshalb bin ich froh, dass wir heute vor Ort dieses Thema besprechen können. Liebe Frau Leuthauser-Schnarrenberger und lieber Jürgen Morlock, Vizepräsident Kirchhoff musste leider bereits gehen, aber er hat den Ton gesetzt dafür, was ich jetzt ein bisschen mit Ihnen machen will, im ersten Teil meiner Rede, ein bisschen die Realität schildern, in der wir sind, international beim Bereich Menschenrechte, denn wir sind in der Tat sehr, sehr weit weg, extrem weit weg von jeglicher Form internationaler Durchsetzbarkeit, vieler menschenrechtlicher Verträge und Dinge und Vereinbarungen, die wir haben, die wir zum Glück haben. Selbst der Europarat, der rechtlich bindende Voraussetzungen hat und mit der Europäischen Menschenrechtskonvention sogar einen angeschlossenen Gerichtshof hat, der verbindlich Urteile fällen kann, selbst da, und das zeigt das Ausmalte des Problems, in dem wir uns befinden, ohne schwarz meinen zu wollen, selbst da werden sehr oft weitgehend folgenlos seine Urteile ignoriert durch einige Staaten. Also in der Tat eine große Herausforderung und in der OSZE, sie umfasst wie gesagt 57 Staaten, wurde deshalb ganz am Anfang, weil man ja sozusagen keine eigenen Sanktionen, keinen eigenen Gerichtshof hat in der OSZE, hat man gesagt, okay, wir brauchen zumindest eine unabhängige Institution wie ODIR, das Büro, dem ich vorstehen darf, das dann kritisch ansprechen kann, wenn es Probleme gibt, wenn einzelne Staaten gegen die Regeln verstoßen. Was fehlt? Es fehlt zum Beispiel eine ganz klare internationale Verpflichtung aus dem Bereich Recht auf Privatheit. Sabine Leutherschen-Narnberger hat anfangs erwähnt, die Überlegung, dass man weitergeht im Artikel 17 des Zivilpakts der Vereinten Nationen, was man durchaus nochmal unterstreichen darf und auch nochmal positiv hervorheben darf, ist, dass Sie damals als Justizministerin und Gitta Westerwelle damals als Außenminister massiv Druck gemacht haben und dann eben als Ergebnis in New York beschlossen wurde, in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, leider erneut nicht rechtlich bindend, aber politisch, dass eben Menschenrechte im digitalen Zeitalter ein Thema sind, wo die Vereinten Nationen einen ganzen Katalog dazu aufgeführt hat und darunter insbesondere eben das Recht auf Privatheit. Leider muss man sagen, dass seither die Bundesregierung dieses Thema nicht vorangetrieben hat. Eine echte Lücke, das wäre eine Steilvorlage gewesen. Es war damals ein brasilianisch-deutscher gemeinsamer Vorstoß, der mit Mehrheit abgestimmt wurde in der Generalversammlung. Das war spannend, weil die USA und Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, die Big Five und viele andere haben massiv dagegen gekämpft und es war ein harter Kampf, aber es gelang mit deutlicher Mehrheit es am Schluss anzunehmen und es wäre sehr wichtig, dass dieser Ball, der sozusagen auf dem Elfmeterpunkt liegt, dass man an ihm weiter arbeitet. Deshalb, was fehlt, ist in der Tat eine solche Weiterentwicklung zum Bereich Recht auf Privatheit und nennen wir es mal auch in den Worten des Bundesverfassungsgerichtes, ein Beschluss zum Thema informationelle Selbstbestimmung. Das ist natürlich ein großes Wort, aber es wäre extrem wichtig, angesichts der Geschwindigkeit, mit der es jetzt immer leichter wird, Personalprofile zu erstellen, mit der es immer leichter wird, tatsächlich auch Verhaltensmuster von Menschen konkret zu prägen oder vorzuprägen. Und ich empfehle auch immer wieder, dass sie etwas, was jeder Mensch sofort zu Hause, wenn sie nach Hause kommt oder jetzt auf dem Smartphone tun kann, einen und denselben Begriff auf unterschiedlichsten Suchmaschinen zu googeln und zu prüfen und zwar dann halt eben das zu tun, was ich jetzt eben auch wieder mir passiert ist, eben nicht diese Prägung, das eben nur durch eine Suchmaschine tatsächlich auch mitzumachen. Die Marktmacht, die der Verbraucher hat, wenn er denn gewisse Dinge nachfragt, also auch Privatheit, ist nicht zu unterschätzen. Gerade vorhin wurde es ja beim Thema WhatsApp schon angesprochen. In all diesen Bereichen also zum Thema auch Cyberkriminalität und Cybersicherheit ist es, wäre es dringend erforderlich, dass wir tatsächlich rechtliche Leitplanken und rechtliche Rahmen haben. Aber, und damit möchte ich schließen, ich mache ein bisschen Wermut oder ein bisschen Wasser in den Wein, was das Thema erneuer internationaler, bindender Verträge angeht. Denn die Gefahr, die sozusagen jetzt die Europäische Menschenrechtskonvention weiterzuentwickeln, wenn man sagt, wir brauchen ausdrückliche neue Bereiche, ausdrückliche neue rechtliche Regelungen, ist natürlich immer die, dass jene, die halt eben auch die existierenden Regelungen verwässern wollen, es dazu nutzen werden, tatsächlich sie auch zu verwässern. Deshalb ist es immer eine Abwägung, was tun wir? Wollen wir tatsächlich neue Regeln? Ich glaube, ja, wir brauchen sie, brauchen wir auch mehr Durchsatzbarkeit, ja. Aber ich glaube, man muss dort beginnen, wo man auf einigermaßen drittsicherem Grund ist. Deshalb ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung ein guter Weg. EU kann alleine mehr tun, als bereits der Europarat. Bei Europarat brauchen Sie immer gleich Russland, Türkei mit dabei. Das Wort Türkei fällt jetzt hier zum ersten Mal, aber schauen Sie allein zum Beispiel auf die Art und Weise, wie die Türkei umgeht mit Facebook und mit Twitter, wie oft Facebook gesperrt wird, wie oft andere soziale Medien gesperrt werden. Das wäre ein weites Feld. Also Europarat ist die Weiterentwicklung schon schwierig und erst recht schwierig ist es natürlich dann, wenn Sie im Bereich Vereinten Nationen in den Bereich einer von verbindlichen Abkommen und Pakten wirklich gehen wollen. Insbesondere ist es gefährlich, weil wir immer mehr die Tendenz sehen, den Antiterrorkampf einiger Staaten dazu zu benutzen, nicht nur den Terror zu bekämpfen, was ja sinnvoll ist, was natürlich gemacht werden muss, auch mit allem Nachdruck. Aber es wird gemacht, um eben jegliche politische Opposition auszuschalten. Das ist die Realität, wie wir sie leider in vielen Staaten Zentralasiens haben. Unliebsame Opposition wird sofort in die islamistische, in die radikal-islamistische Ecke gestellt. Sie wird unter den Generalverdacht eben von Terrorsympathisanten gestellt, wie jetzt gerade jüngst in Tadjikistan mit der größten Oppositionspartei geschehen. Und wer dann einen Zweifel daran äußert, gilt dann sogar als ein Vertreter von Interessen von Terroristen. Also einen Versuch, die jetzige Situation zu benutzen und insbesondere eben auch gerade auch die Datenkontrolle zu benutzen, um jegliche politische Opposition zu kontrollieren und unter dem Radar einer Bedeutungslosigkeit tatsächlich zu halten. Deshalb, meine Damen und Herren, abschließend gegen diese Machtlogik, gegen diese Machtlogik insbesondere autoritärer Herrscher und Systeme, gerade auch personalisierter Herrschaft, wie wir sie in vielen Staaten leider auch der OSZE haben, hilft nur ein System starker Institutionen. Gegen starke Personen und Alleinherrscher müssen wir die Stärke des Rechts setzen. In der Außenpolitik, gerade auch in der Menschenrechtspolitik, müssen wir auf die Stärke des Rechts und nicht auf das Recht des Stärkeren setzen. Bei allen Kompromissen, die natürlich ab und zu in der Realpolitik dazugehören, wo wir auch mit solchen Staaten reden müssen, die absolut andere Werte vertreten als wir, ist die einzige Chance, auf die Stärke des Rechts zu setzen und immer wieder dazu betonen, dass wir mit den gegenwärtigen Verträgen, die wir haben, die zumindest eine klare, universelle und auch eindeutige Geltung der Menschenrechte klar kodifizieren, dass wir mit ihnen zumindest gut gerüstet sind für diese Debatte mit autoritären Staaten und mit Staaten, die schrittweise immer mehr in die Bürger- und Menschenrechte eingreifen wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion heute und vor allem heute Nachmittag und in der Pause. Vielen Dank. Ja, Herr Link, herzlichen Dank. Wir setzen uns zur Diskussion nach hinten. Sie haben eben ein Stichwort gegeben, das lässt elegant für mich übergleiten. Sie haben das Stichwort Terrorismusbekämpfung gegeben, das bietet mir Gelegenheit, den Generalbundesanwalt AD, Harald Range, zu begrüßen, der inzwischen auch unter uns ist, also wir müssen uns jetzt ein bisschen mehr aufpassen, aber AD, das ist etwas weiter weg, das ist ja gar nicht schlecht. Herr Link, Sie haben zu Anfang gesagt, wir sind ganz weit weg von den Menschenrechten. Dann haben Sie so Namen genannt und da habe ich gedacht, das stimmt, Tukmenistan und Usbekistan und die Krim-Tataren und Tatschikistan und haben auch zum Schluss gesagt, ich muss Wasser in den Wein gießen. Ich habe so langsam den Eindruck, dass nur Frau Leuthauser-Schnarrenberger uns noch Wein einschenkt und die alle anderen Wasser nachschütten, bei den Bedenken, die doch tatsächlich auftreten. Ist das nicht ein bisschen viel Theorie, ein bisschen viel Optimismus, wenn ich das, was Sie gesagt haben, mit der Realität vergleiche? Das ist die erste Frage und die zweite Frage, auf die ich vielleicht auch eine Antwort hätte, die mir durch den Kopf gegangen ist, weil es ja heute auch immer das Gespräch von der Digitalisierung, vom Internet. Wie nutzt denn Ihre Organisation dieses Internet und was stellen Sie damit an? Machen Sie sozusagen bei Wahlbeobachtung gleich live über Ihr iPhone, dass da wieder mal hier die Russen oder wer auch immer was nehmen, die Wahlurne geschüttet haben anstatt da rein oder wie sieht das da aus? Diese zwei Fragen hätte ich gerne zu anfangen. Also das ist eine gute Frage. Wir nutzen natürlich auch das Internet sehr intensiv, völlig klar, wir gehen auch, wenn unsere Wahlbeobachter in die verschiedenen Wahllokale gehen. Wir haben sogenannte Electronic Pens, also die etwa 200 Fragen, die in jedem Wahllokal zu beobachten und zu beurteilen sind, werden mit so einem elektronischen Stift ausgefüllt und dann geht die Datenübertragung natürlich gleich in die Zentrale, sonst könnten wir auch überhaupt nicht am nächsten Tag einigermaßen vernünftig was sagen. Also auch wir profitieren natürlich von Daten. Wir profitieren von der Möglichkeit, die uns die Elektronik gibt und ganz anderer Bereich. Wir machen jedes Jahr also einen sogenannten Hate Crime Report, also praktisch über die Frage, wie wird mit Hasspredigern und Hassrede umgegangen in verschiedenen Staaten. Auch das wird alleine über das Internet uns berichtet. Also wir nutzen es, absolut, aber gerade deshalb sind wir auch so sensibel bei allen Versuchen zu manipulieren und bei allen Fragen, die natürlich Firewall und andere Sicherheitssysteme betreffen und sind da hoch alarmiert und hatten auch schon bei uns einige Fälle, wo wir immer wieder nachbessern mussten und immer wieder unsere eigenen Systeme verbessern müssen. Würde es Ihnen was ausmachen? Es war eben besser, als Sie standen, das wäre nett. Dankeschön. Also ein Punkt, da gibt es einen persönlichen Teil, Sie sagen, es ist nicht wirklich, es ist auch bewahrt, weil das war ja schon, dass das noch nicht bei Ihnen drin ist. Okay, ich habe die Frage, wie weit soll es Ihnen gegeben? Ich finde eigentlich erstaunlich, dass hier keine Diskussion stattfindet, die noch vergangen ist. Wir haben uns als Menschen zum Glück eine schöne Eigenschaft vergessen. Was vor 50 Jahren war, ist noch nicht mehr so gut, wie was vorhin drei Jahren war. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man in einem Standort einen Druck entwickeln zu können. Früher hieß es, wenn man mit 20 radikal ist, hat man keinen Charakter, wenn man mit 50 oder noch ist, ist man dumm. Und das spiegelt sich ja gar nicht ab in solchen Dingen, die wir diskutieren. Da heißt es, Daten sind ja neuerhaft. Wenn die einmal da sind, da ist ein Zeitschleppel vielleicht dran, aber die vergisst man nicht. Das Netz vergisst ja nichts. Das halt ja auch für ganz schlecht fehlt uns im Teil, weil man dann festgenabelt werden kann, mit dem Unsinn oder wie man es mal darstellen will, das scheint gar kein Thema zu sein. Aber ich finde, danke. Ganz kurz, Sie sehen ja, Sie kennen vielleicht das Urteil des EuGH zum Thema von Löschungen, was eine riesen Diskussion ist mit Google und anderen. Dieses Recht auf Privatheit oder Schutz der Privatsphäre, wie man es übersetzen will, der englische Fachbegriff, der jetzt in aller Munde ist, ist eben Right to Privacy. Das ist eine ganz heikle Sache, weil es natürlich eben auch in einem Konflikt steht mit Informationsfreiheitsrechten auf der anderen Seite. Da muss man gute Wege finden, das abzuwägen. Absolut, völlig klar. Aber weshalb ich sage, es fehlt, es fehlt zum Beispiel ganz eindeutig auch jetzt in den Entwürfen, die in der OECD als nächste Beschlüsse diskutiert werden. Da gibt es einen Beschluss, der diskutiert jetzt das Thema, wie kann man denn die Übergabe von Fluggastdaten erhöhen? Ja, wunderbar. Wo steht da das Wort Datenschutz drin? Ich vermisse das Wort darin. Also da wird jetzt wieder Sicherheit gegen Freiheitsrechte ausgespielt und das darf eben nicht sein. Das ist das, was mir große Sorgen macht und was uns auch alle alarmieren sollte, dass momentan alle extrem unterwegs sind beim Thema, wie kann man denn Sicherheitsaspekte verbessern? Gut, ja, muss man darüber nachdenken. Aber eben nicht auf Kosten, Bundesverfassungsgericht und EuGH haben uns oft genug daran erinnert, nicht auf Kosten der informationellen Selbstbestimmung. Deshalb fehlt leider und deshalb muss das dringend kommen mit dem Thema Recht auf Privatsphäre, so wie es angedacht war damals in der Resolution der Vereinten Nationen. Vielleicht kann man das ergänzen, die Entscheidung des EuGH würden die Amerikaner nie akzeptieren. Recht auf Vergessen ist bei denen nicht drin, aber wer das Urteil sofort akzeptiert hat und ins Gesetz umgesetzt, war Putin. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber auch ganz interessant, wenn man das mal weiß, wie diese Entscheidung in verschiedenen Ländern aufgenommen wurde. Ich bin aber nicht so sicher, was dann geschehen wird von Seiten der türkischen Regierung, ob sie dann die Urteile von Straßburg respektiert oder nicht. Das ist meine Sorge. Aber Ihre Frage sagt ja letzten Endes, was tun wir, wenn eine demokratisch gewählte Mehrheit, da könnt ihr andere Beispiele nennen, Polen, Ungarn, andere, wenn sie Gesetze macht, von denen wir denken, sie sind rechtswidrig, weil sie Grundrechten widersprechen. Leider, leider ist die Europäische Grundrechtecharta in der EU nicht justiziabel, leider. Das wäre sehr wichtig gewesen, da sind wir leider nicht dazu gekommen. Herzlichen Dank, Herr Link. Ich habe mir zum Schluss notiert einen Satz, den Sie jetzt doch häufiger verwendet haben und der dann doch wieder nachdenklich stimmt, dass Sie immer gesagt haben, das geht leider nicht. Er war sehr häufig und das ist etwas, was uns ja hier umtreibt und was wir dann in der Tat vielleicht heute Nachmittag auch mit der Unterstützung von Frau Leutheuser-Schnarrenberger, dafür danke ich ihr sehr. Die Frau Lotte Leich, die EU-Direktorin von Human Rights Watch, ist uns leider abhandengekommen, aber Frau Leutheuser-Schnarrenberger hat sich bereit erklärt, gleich mit, ich sage es in Anführungsstrichen, in die Bütze steigen und ich bin da sehr dankbar, ich glaube, das wird dann noch ein bisschen lebhafter als vielleicht geplant. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, heute hier zu sprechen und natürlich auch nach den ersten drei Rednern fühle ich mich sehr geehrt, hier einen vierten Vortrag halten zu dürfen. Ich möchte mich in meinem Vortrag Macht und Ohnmacht von Menschenrechtsaktivisten in der digitalen Welt mit drei Punkten beschäftigen und zwar erstens, haben Menschenrechtsaktivisten überhaupt Macht? Zweitens, wie verändert sich Menschenrechtsaktivismus im digitalen Zeitalter? Und drittens, welche Gefahren birgt die fortschreitende Digitalisierung für Menschenrechtsaktivisten und die Freiheitsrechte von uns allen? Den letzten Punkt werde ich insbesondere am Beispiel Chinas genauer beleuchten. Zur ersten Frage, haben Menschenrechtsaktivisten überhaupt Macht? Die einfache Antwort darauf ist ja. Jetzt folgt noch eine etwas kompliziertere Antwort. Ich hoffe, sie ist trotzdem verständlich. Die Macht von Menschenrechtsaktivisten setzt sich zusammen aus Reputationsmacht und aus Netzwerkmacht. Menschenrechtsaktivisten dokumentieren staatliches Fehlverhalten und machen dieses publik. Das wurde ja heute Vormittag auch schon angesprochen. Die Öffentlichkeit ist zentral in der Menschenrechtsarbeit. Dabei beziehen sie sich auf die internationalen Menschenrechtsverträge, in denen sich Staaten verbindlich dazu verpflichtet haben, die Menschenrechte selbst zu achten, sie aktiv zu schützen und auch zu gewährleisten. Das heißt, die Einhaltung durch Dritte, also zum Beispiel Unternehmen, einzufordern. Nach dieser Logik sind Staaten dafür verantwortlich, wenn zum Beispiel Facebook das Recht auf Privatsphäre missachtet. Menschenrechtler beobachten also, ob Staaten all diesen Verpflichtungen nachkommen und verbreiten Informationen über Menschenrechtsverletzungen. Und je verlässlicher diese Informationen sind, desto einflussreicher sind auch die Menschenrechtsorganisationen. Nach Beobachtung und Dokumentation von Verstößen werden sie in der Öffentlichkeit angeprangert. So kratzen Menschenrechtler an der Reputation der zuständigen Regierung. Im englischen Sprachraum, und das findet sich auch in dem Arbeitstitel, die mir die Friedrich-Naumann-Stiftung ursprünglich ins Programm gesetzt hatte, wird dieser Prozess als Naming und Shaming bezeichnet. Bei diesem öffentlichen Anprangern geht es aber nicht nur darum, die Verantwortlichen ins Rampenlicht der Öffentlichkeit zu zerren. Es geht um eine Debatte, eine die Menschenrechte konkret umzusetzen sind und wo Verbesserungsbedarf besteht. In Demokratien können Menschenrechtler die politische Praxis und auch neue Gesetzgebungsverfahren ziemlich direkt über diese nationale, öffentliche Meinung beeinflussen. Denn in einem demokratischen Staat bekannt wird, dass die Regierung einzelne Vorgaben von internationalen Menschenrechtspakten missachtet, entsteht sofort ein Rechtfertigungszwahr. Außerdem können Menschenrechtler in Demokratien natürlich Prozesse in Gerichten anstoßen und in Rechtsstaaten können sie diese auch gewinnen. Deutsche Gerichte beziehen sich zwar nur sehr selten auf internationale Menschenrechtsverträge, aber das ist so, weil wir ein sehr gutes Grundgesetz haben, das haben wir ja schon zur Genüge heute Morgen beleuchtet. Und so soll es auch sein, die Vorgaben in den internationalen Menschenrechtsverträgen sollen in nationales, direkt einklagbares Recht umgesetzt werden. Das ist in Deutschland der Fall. Warum brauchen wir also überhaupt noch Menschenrechtspakte? Menschenrechtspakte sind eine Art Rückversicherung. Wenn nämlich, und das wurde mit dem Beispiel Türkei heute auch schon aus dem Publikum aufgebracht, demokratische Regierungen neues Recht formulieren, das aber die Menschenrechte mit Füßen tritt, dann kann man sich auf die internationalen Menschenrechtspakte beziehen. Doch wie sieht es mit der Umsetzung aus? Es gibt keine, und da muss ich dem Herrn Link leider zustimmen, ja aber zu sagen, es gibt keine magische Formel, die zur Umsetzung der internationalen Menschenrechtsverträge führt. Eins wissen wir aber, ohne Engagement aus der Zivilgesellschaft ist es nicht möglich. Durch die öffentliche Debatte und Gerichtsverfahren kann der Menschenrechtsschutz in Demokratien Schritt für Schritt perfektioniert oder neuen Herausforderungen wie der zunehmenden Digitalisierung angepasst werden. In repressiven, autoritären Staaten sieht es allerdings ganz anders aus. Selbstverständlich haben Menschenrechtsaktivisten auch dort Reputationsmacht. Auch dort prangen sie Menschenrechtsverletzungen öffentlich an. Aber weil autoritäre Staaten jeden Akteur fürchten, der die Legitimität autoritärer Macht infrage stellt, werden Menschenrechtsaktivisten in diesen Staaten beobachtet, bedroht, inhaftiert und manchmal sogar umgebracht. In stark repressiven Staaten können Menschenrechtsaktivisten die nationale Meinung nicht beeinflussen, weil sie schon vorher mundtot gemacht werden. Unter solchen Bedingungen können Menschenrechtsaktivisten nur über einen Umweg Macht entfalten, nämlich wenn sie sich international vernetzen. Also die Weltgemeinschaft, wie man so schön sagt, für sich und ihre Sache gewinnen können. Zwei amerikanische Politikwissenschaftlerinnen, Margaret Keck und Catherine Sicking, haben in ihrem einflussreichen Buch Activists Beyond Borders, also Aktivisten ohne Grenzen, bereits in den späten 90er Jahren beschrieben, wie Menschenrechtsaktivisten in repressiven Staaten mit Menschenrechtsorganisationen in demokratischen Staaten zusammenarbeiten. Auch diese internationalen Menschenrechtsorganisationen versuchen, Informationen über Menschenrechtsverletzungen in die Öffentlichkeit zu bringen und fordern dann westliche Staatenvertreter auf, Druck auf repressive Regierungen auszuüben, wie das die deutsche Außenpolitik manchmal ja auch tut. Dadurch entsteht ein sogenannter Boomerang-Effekt und dieser Boomerang-Effekt ist eine Form von Netzwerkmacht. Das geht nur, wenn Menschenrechtsaktivisten sich vernetzen. Vorbei sind natürlich lange die Zeiten, dass im Londoner Sekretariat von Amnesty International, einer großen, ich nehme auch hier sehr bekannten Menschenrechtsorganisation, Telefonanrufe und Faxe einging, wie jemand aus politischen Gründen inhaftiert wurde. Heute können Menschenrechts- und Demokratieaktivisten in Echtzeit mit der Welt kommunizieren. Die kubanische Bloggerin Joannie Sanchez erzählte mir einmal, wie sie mit einer Freundin zusammen auf dem Weg zu einer Demonstration für Meinungsfreiheit in Havanna festgenommen wurde. Sie wurde in ein dunkles Auto geschubst und auf der Rückbank brutal festgehalten. Nach wenigen Minuten erreichte den Fahrer ein Anruf. Er drehte sich zu seinem Kollegen auf der Rückbank und sagte, drück nicht zu stark, die Welt weiß schon Bescheid. Joannie hatte auf ihrem Handy vorsorglich eine SMS formuliert und im Moment der Festnahme noch auf Senden drücken können. Diese Nachricht ging an die Mobilfunknummer an Twitter, die gibt es wirklich. Das ist für uns heute schwer nachzuvollziehen, aber für viele Menschenrechtsaktivisten sehr, sehr wichtig. Sie schickte also eine Nachricht an die Mobilfunknummer von Twitter und diese Nachricht verbreitet sich dann rasend schnell über soziale Medien. Selbst auf Kuba also, wo es nur einen sehr beschränkten Internetzugang gibt, können soziale Netzwerke als ein internationaler Rettungsschirm für Menschenrechtsaktivisten dienen. Bei uns in Deutschland wird immer wieder Zweifel geäußert, ob dieses Naming und Shaming, das öffentliche Anprangern wirklich funktioniert. Und natürlich ist öffentliches Anprangern keine Wunderwaffe. Aber es ist die beste Waffe, die wir im Kampf für die Menschenrechte haben. Denn das stille Diplomatie, also der Dialog hinter den verschlossenen Türen und Ausschluss der Öffentlichkeit wirksamer sein soll, das ist eine höchst fragwürdige These. Ich habe mir das ja, wie schon angedeutet wurde, im Zusammenhang mit dem vertraulichen Menschenrechtsdialog der Europäischen Union mit China mal genauer angeschaut und nach meinem Kenntnisstand ist die stille Diplomatie nur dann wirksam, wenn gleichzeitig auch eine öffentliche Verurteilung angedroht wird oder irgendwelche anderen Hebel auf dem Tisch liegen. Und weil wir nicht jedem autoritären Land mit Wirtschaftssanktionen drohen können, ist das öffentliche Anprangern oft die einzige Drohung, die wir realpolitisch wirklich in der Hand haben. Naming und Shaming ist also keine Schaufensterpolitik, wie leider in Deutschland so oft behauptet wird. Mittlerweile gibt es auch sehr gute quantitative Studien, die belegen, dass öffentlicher Druck und eine Verbesserung der Menschenrechtslage begünstigen kann. Besonders dann, wenn Menschenrechtsaktivisten zusammen mit internationalen Organisationen und Staatenvertretern arbeiten. Wir haben da mit der Friedrich-Naumann-Stiftung eine kleine Studie zugemacht. Wen das interessiert, das liegt hinten im Raum. Nachdem ich also versucht habe, zu beleuchten, wie Menschenrechtsaktivisten Macht ausüben, komme ich jetzt zur zweiten Frage. Wie verändert sich Menschenrechtsaktivismus im digitalen Zeitalter? Zunächst einmal erleben wir momentan einen enormen Zuwachs an Information. Dank der fortschreitenden Digitalisierung ist es sehr leicht geworden, Berichte über Menschenrechtsverletzungen international zu verbreiten. Egal, ob Sie jeden Morgen noch Zeitungspapier in die Hand nehmen oder Informationen im digitalen Format lesen. Ich vermute, Sie sind alle tagtäglich mit Berichten über Menschenrechtsverletzungen konfrontiert. Und wegen dieser Informationsflut haben viele von uns das Gefühl, die globale Menschenrechtslage werde immer schlechter. Auch das ist heute Morgen schon angeklungen. Natürlich stimmt das leider für manche Länder, aber ich kenne keine nennenswerte akademische Studie, die einen solchen globalen Verschlechterungstrend empirisch wirklich belegen könne. Im Gegenteil, der Politikwissenschaftler Christopher Ferris hat 2014 eine, wie ich finde, sehr beeindruckende, ich muss auch sagen statistisch ziemlich komplizierte Untersuchung vorgelegt, die versucht, den Zuwachs an Informationen herauszurechnen. Denn wenn wir uns wirklich dafür interessieren, ob es denn nun besser geworden ist, dann können wir natürlich nicht zwei völlig unterschiedliche Informationslagen miteinander vergleichen. Sonst sieht es im digitalen Zeitalter immer so aus, als würde alles schlechter, weil wir immer einfacher an die Information herankommen. Ferris zeigt in seiner Studie, dass sich die Menschenrechtslage zumindest zwischen 1976 und 2010 deutlich verbessert hat. Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch Steven Pinker, ein Evolutionspsychologe an der Universität Harvard, der über Gewalt forscht. Und ich möchte dazu aufrufen, dass wir uns von der Informationsexplosion im digitalen Zeitalter nicht entmutigen und nicht verwirren lassen. Seit Einführung der UN-Menschenrechtsverträge, die in diesem Jahr ihr 60. Jubiläum feiern, ist der Menschenrechtsschutz besser geworden, nicht schlechter. Ich weiß nicht, ob Sie mir diesen Wein abkaufen, aber ich möchte Ihnen diesen akademischen Wein sehr empfehlen. Die Flut an digital verfügbaren Informationen führt auch zu einer gewissen Abstumpfung und Gleichgültigkeit. Nur selten gelingt ein globaler Aufschrei wie bei der Inhaftierung und Prügelstrafe des saudischen Internetaktivisten Raif Badawi. Ein Grund dafür, dass Badawi international so berühmt ist, ist sicherlich, dass seine Strafe besonders grausam war. Er gründete, wie viele hier vielleicht wissen, 2008 ein liberales Online-Forum und schrieb auf seiner Webseite regelmäßig über Politik und Religion in Saudi-Arabien. 2013 bekam er dafür eine siebenjährige Haftstrafe, 2014 wurde sein Strafmaß auf zehn Jahre Haft und 1000 Peitschenhiebe hochgesetzt. Im Jahr 2015 wurde er erstmals öffentlich ausgepeitscht. Es ist gut, dass Raif Badawi internationale Aufmerksamkeit bekommt, auch von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Dank dieser Aufmerksamkeit wurde zumindest die Prügelstrafe ausgesetzt. Gleichzeitig gibt es noch viele andere Blogger auf der Welt, die internationale Aufmerksamkeit verdient hätten und diese nicht bekommen. Sie kennen sicherlich den Begriff CNN-Effekt, also eine Kurzformel für die Macht des Fernsehens. Das klingt heute reichlich verstaubt, wie von vorgestern, denn heute sind das soziale Netzwerk Facebook und die Algorithmen von Google sehr viel mächtigere Meinungsmacher als der Fernsehsinder CNN. Herr Müller widerspricht mir, aber das können wir ja gleich ausführlich diskutieren. Ich würde trotzdem als wichtigsten Punkt festhalten wollen, in der digitalen Welt ist nicht mehr der Zugang zu Informationen über Menschenrechtsverletzungen begrenzt, sondern die internationale Aufmerksamkeit. Informationsökonomen sprechen von der Aufmerksamkeit als knappes Gut, so wie Gold. Ein Gut, das nicht zu jeder Zeit und an jedem gewünschten Ort zur Verfügung steht. Menschenrechtsaktivisten in repressiven Staaten oder auch solche in Krisengebieten bekommen das zu spüren. Internationale Aufmerksamkeit ist begrenzt und viele ringen gerade deswegen und trotz der fortschreitenden Digitalisierung immer noch um Aufmerksamkeit, um unsere Aufmerksamkeit. Selbstverständlich gibt es dank der Digitalisierung auch wichtige Innovationen im Menschenrechtssektor und ganz neue Formen des Aktivismus. Wieder vielleicht eine positive Nachricht. Die amerikanische Organisation Witness zum Beispiel hat eine Plattform entwickelt, wo jeder, der ein internetfähiges Handy hat, kurze Videos hochladen kann, die Menschenrechtsverletzungen dokumentieren. Das ist nicht immer ungefährlich, aber gleichzeitig finde ich ein vielversprechendes Format. Die Videos sind natürlich mit Metadaten wie zum Beispiel GPS, Geopositionsdaten ausgestattet und können so mit anderen verglichen und auch verifiziert werden. Videobeweise von Menschenrechtsverletzungen werden in Zukunft auch vor Gerichten, denke ich, eine immer größere Rolle spielen. Inklusive vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und wir gehen damit einen Schritt weg von der Straflosigkeit, die wir schon so oft beklagt haben. Die Digitalisierung beschert Menschenrechtsaktivisten also einen Machtzuwachs. Sie bietet neue Instrumente für die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen, die Verbreitung dieser Informationen und für die so wichtige internationale Vernetzung. Leider haben das aber nicht nur die Menschenrechtsaktivisten, sondern auch die Gegner der Menschenrechte gemerkt und sie wissen, die Digitalisierung für ihre Zwecke zu nutzen. Und hier kommen wir zur ungemütlichsten Konsequenz der fortschreitenden Digitalisierung im Bereich der Menschenrechtsarbeit. Nicht ohne Grund habe ich meinen Vortrag die Macht und Ohnmacht von Menschenrechtsaktivisten in der digitalen Welt genannt. Ohnmächtige Menschenrechtsaktivisten finden wir da, wo staatliche Überwachung in einem bis vor kurzem noch undenkbaren Maße ausgebaut und gegen Bürgerrechtler angewandt wird. Wie eingangs erwähnt, möchte ich das am Beispiel von China etwas näher erläutern. Der Blick nach China lehrt uns, warum eine Regulierung des Netzes und ein effektiver Datenschutz so wichtig wären für Freiheit und Demokratie und welches Missbrauchpotenzial durch fortschreitende Digitalisierung unserer Welt entsteht. Professor Kirchhoff hat heute Morgen richtigerweise darauf hingewiesen, dass heute vor allem private Unternehmen, nicht Staaten, Daten über uns sammeln und dass die Firmen primär von Profit getrieben sind. So weit, so gut. Aber was passiert, wenn jemand die Daten gezielt für die Einschränkung von Meinungsfreiheit, für politische Repression nutzt? Vor gut zehn Jahren waren soziale Netzwerke für Chinas Menschenrechtsaktivisten noch ein Segen. Berühmt ist zum Beispiel der Fall von Sun Zhegang, ein junger Mann aus Wuhan, der am 20. März 2003 im Alter von nur 27 Jahren wegen vergessener Ausweispapiere in Guangzhou festgenommen und dann in Polizeigewahrsam zu Tode gefoltert wurde. Seine Geschichte verbreitete sich blitzartig über soziale Medien und führte 2003 zur Abschaffung von Shorong Tsien-Song. Das ist eine Form der Administrativhaft, wo die Polizei ohne jeglichen richterlichen Beschluss eine Festnahme für drei plus ein Jahr anordnen kann. Die Mobilisierung der öffentlichen Aufmerksamkeit in China wohlgemerkt durch soziale Medien nach seinem Tod war eine Sternstunde des Menschenrechtsaktivismus in China. Ohne soziale Medien wäre das überhaupt nicht denkbar gewesen. Aber diese enorme Macht des Onlineaktivismus erkannte wie gesagt auch die chinesische Regierung und seither setzt sie alles daran, das Internet und die sozialen Medien unter Kontrolle zu bringen. Zunächst wurden bestimmte Begriffe zensiert. Doch findige Blogger erfanden sehr schnell kluge und auch sehr witzige Wortspielereien, um dieser Form der Internetzensur zu entgehen. Außerdem wurden Internetwächter eingestellt, die kritische Blogeinträge kommentieren sollten, um die Diskussion in eine für die Partei angenehmere Richtung zu lenken. Diese Schreiblinge bekamen pro Eintrag fünf Mao, das ist eine verschwindend kleine Summe, und wurden daher im Volksmund Umau Dang, die fünf Mao-Truppe, genannt. Darüber konnten die Chinesen noch lachen. Dann wurden westliche Kommunikationsplattformen verboten. In einem Pekinger Hotelzimmer fand ich im letzten November einen auf feinem, wunderschönen Papier gedruckten Hinweis, dass bestimmte Webseiten in China gesperrt seien. Nämlich Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google und das würde ich als eine besondere Auszeichnung für die Zeitung werten, The New York Times. Es wird kein Geheimnis darum gemacht, dass das chinesische Internet zensiert ist. Jeder in China weiß, dass er oder sie im Internet nur das lesen darf, was die Partei erlaubt. Basierend auf 1400 sozialen Medienangeboten in China zeigten zwei Doktoranden und Professor Gary King an der Universität Harvard im Jahr 2013, dass die chinesische Internetzensur mittlerweile sehr raffiniert arbeitet. Es ist Kritik erlaubt, aber keine kollektive Kritik. Also wenn Einzelne ihren Unmut im Netz zeigen, so erleben sie zunächst ein Gefühl von Meinungsfreiheit. Ihre Blogeinträge werden nicht gelöscht. Und gleichzeitig erhält der chinesische Parteistaat so wertvolle Informationen darüber, welcher Unmut in der Gesellschaft besteht. Für jede Regierung, demokratisch oder autoritär, ist es wichtig zu wissen, was die öffentliche Meinung im Land ist. Und so hat man gar kein Interesse daran, einzelnen Unmut zu zensieren. Das ist sehr nützlich für den Machterhalt. Erst wenn ein kritischer Blogeintrag zu oft weitergeleitet wird, zu viel Aufmerksamkeit bekommt oder eine Gruppe von Menschen damit beginnt, sich online zu organisieren, dann greift die Internetzensur zu. Das ist nicht mehr das einfache Blocken von Webseiten oder einzelnen Wörtern. Das ist sehr, sehr raffinierte Internetzensur. Und wer in China soziale Medien nutzen will, muss chinesische Plattformen nutzen. Ich habe ja gesagt, all die westlichen sind zensiert. Und so sagt man zumindest, der Staat wertet die digital verfügbaren Informationen systematisch aus. Das ist eine ganz neue Form autoritärer Herrschaft. Überlegen Sie sich das einmal. Alle Informationen, die sich die Stasi in Ostdeutschland noch umständlich beschaffen musste, sind in der digitalen Welt sehr leicht verfügbar. Zum Beispiel, wo halten Sie sich gerade auf? Wer hat die GPS-Daten heute zum Beispiel deaktiviert? Sehr gut, ein paar immerhin. Für alle anderen ist klar, Sie sind zu finden. Wer steht in Ihrem Adressbuch? Haben Sie Freunde in Amerika? Mit wem treffen Sie sich übermorgen? Was steht in Ihren E-Mails? Was steht in Ihrer Krankenakte? Worüber haben Sie gestern Abend in Ihrem Wohnzimmer gesprochen? All diese Informationen lassen sich in der digitalen Welt viel leichter zusammentragen als in der analogen Welt. Und das ist eine Gefahr für Menschenrechtsaktivisten und für die Freiheitsrechte von uns allen. Viele Menschenrechtsaktivisten in China müssen davon ausgehen, dass alle ihre Gespräche, also nicht nur ihre Telefongespräche, alle ihre Gespräche über die Handymikrofone mitgehört werden. Wenn Sie ungestört reden wollen, ich habe das oft selbst erlebt, nehmen Sie die Batterie raus, denn angeblich reicht es nicht, das Handy auszuschalten. Hier sind Techniker, die das besser beurteilen können als ich. Aber auch im Exil bekommen kritische chinesische Aktivisten und Journalisten die Überwachung zu spüren. In Deutschland lebt zum Beispiel ein bekannter chinesischer Journalist Zhang Ping, der China aus Sicherheitsgründen verlassen musste. Er schreibt jetzt für die Deutsche Welle und hat vor ein paar Monaten die Nachricht erhalten aus China, er möge doch bestimmte Artikel wieder löschen. Und zwar umgehend. Als er nicht parierte, wurde seine Familie in China festgenommen. Nicht nur der Menschenrechtsaktivismus ist international organisiert, auch die Repressionen kennen keine Staatsgrenzen. Es wird leider noch schlimmer. Laut Angaben des chinesischen Staatsrates vom 25. September 2016 soll bis 2018, das ist in zwei Jahren, ein umfassendes Ratingsystem aufgebaut werden, das die soziale Kreditwürdigkeit oder anders gesagt, die soziale Unbedenklichkeit eines jeden Chinesen beziffert. Sie müssen sich das wie eine Art Schufa-Einstufung vorstellen, die nicht nur ihre Finanzaktivitäten bewertet und ihre Kreditwürdigkeit beurteilt, sondern alle ihre Aktivitäten auf den Prüfstand stellt. Ich muss vorab sagen, es ist völlig unklar, ob das gelingt, politisch umzusetzen, aber das ist der Plan. Wie genau die Beurteilung funktionieren soll, ist noch unklar. Offiziellen Angaben zufolge soll in die Beurteilung unterem einfließen, ob man Mitglied in einer Nichtregierungsorganisation ist, was man so in sozialen Medien veröffentlicht, aber auch, ob man den Zug und Flugzeug in der ersten oder zweiten Reihe fährt. Im Ende klingt verrückt. Vermutlich kriegt man bessere Punkte, wenn man in der ersten Klasse reist. Vom Recht auf Vergessenheit sind wir, vergessen werden, sind wir hier sehr weit entfernt. Denn nach offiziellen Verlautbarungen aus Peking soll das Prinzip Yichu Shui Xin, Chu Chu Shou Xien angewandt werden. Das heißt so viel wie, wer einmal das Vertrauen verspielt hat, soll für immer gesperrt werden. Von was die Menschen gesperrt werden sollen, ist auch noch nicht so wirklich klar, aber gemütlich hört es sich nicht an. Es geht sicherlich um Zugang zu Parteiposten, aber auch zu Ausbildungsplätzen, die Genehmigung von Bankkrediten. Das Ziel ist der Aufbau einer harmonischen Gesellschaft, so der Begriff im chinesischen Parteijargon. Was heißt das alles? Hier geht es natürlich nicht nur um Parteiämter, um Ausbildungsplätze, um Bankkredite. Es geht darum, durch umfangreiche Datenanalyse diejenigen in der Gesellschaft zu finden, die sich für Freiheit und Menschenrechte einsetzen und sie mundtot, aber auch gesellschaftsunfähig zu machen. Für alle freiheitlich orientierten Menschen ist eine digitale Welt ohne effektiven Datenschutz, wie Sie, glaube ich, an diesem Beispiel sich gut vorstellen können, ein Albtraum. Macht haben Menschenrechtsaktivisten in der digitalen Welt nur so lange, wie sie technisch die Nase vorn haben. Oder wenn es uns gelingt, den Datenschutz, das Recht auf Privatsphäre, Meinungs- und Informationsfreiheit auch im digitalen Zeitalter effektiv zu schützen. Sobald ein Staat oder auch ein Unternehmen die technisch zur Verfügung stehenden Mittel für eine systematische Überwachung wirklich einsetzt, kippt die Macht von Menschenrechtsaktivisten in Ohnmacht. Und dann ist es um die Freiheit von uns allen nicht gut bestellt. Vielen Dank. Wunderbar. Frau Dr. Kinzebach, ganz herzlichen Dank. Danke, dass Sie das auch so mit Beispielen gewürzt haben, weil das wirkt einfach anschaulicher aus Ihrer großen Erfahrung in China. Und wir werden das jetzt fortsetzen hier in der Diskussion. Ich darf einfach die Diskussionsteilnehmer bitten, Herr Link, Frau Leutherser-Schnarrenberger, dann auch Herrn Spohr, sich mit mir hier auf das Podium zu begeben. Ich überlasse den Damen und Herren die Sessel, bitte sehr. Vielleicht eine Dame hier, eine da und die Herren außen. Ich persönlich habe einen Stuhl bekommen, nein, setzen Sie sich bitte hier hin, der nicht vorgesehen war, weil, wie gesagt, die EU-Direktorin uns verloren gegangen ist, aber ich habe mir den dann schön geredet, habe gesagt, es ist eigentlich so in die Richtung der Farbe, wie Verfassungsrichter ihre Roben tragen. Ich meine, wenn man so ein bisschen blind ist, kann man da vielleicht in diese Richtung gehen. Ich mache das, außerdem ist es ein bisschen erhöht, also ich sehe es ein bisschen, ach, mal höher sitzen als die ehemalige Bundesjustizministerin, habe ich mir immer schon mal vorgestellt. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Ja, meine Damen und Herren, wir gehen, Sie haben jeweils ein Mikro, wir müssen uns also, oder Sie müssen sich nicht jeweils mit zwei um eins schlagen, also da sind wir schon digital ein bisschen weiter. Und ich muss gleich dazu sagen, wir müssen uns in der Zeit sehr begrenzen, weil Frau Leuthauser-Schnarrenberger in dieser ganz undigitalen Welt, mit der Bahn nehme ich mal an, eben, einfach weg muss. Also deshalb gibt es trotzdem keinen Ritt über den Bodensee, sondern wir sollten schon ein paar Dicke ansprechen, die wichtig sind. Amerikaner kennen natürlich auch ein Recht auf Privatsphäre, aber das setzt viel später an. Auch Recht auf Datenschutz, aber nicht, dass das Erfassen, Speichern, wie Herr Kirchhoff heute nochmal unmissverständlich klar gemacht hat, schon etwas ist, was datenschutzrechtlich relevant ist. Die sagen, erst darf man mal alles erfassen, sammeln, vernetzen und so weiter, aber wenn es dann um das Verwerten geht, dann sind die zum Teil rigoroser als wir, weil sie sagen, was nicht legal erworben worden ist, also irgendeine illegale Abhörmaßnahme oder vielleicht mit Folter aus irgendjemandem was ausgequetscht, dann sagen die, wenn es illegal erworben ist, darf es im Gericht nicht verwertet werden. Also Früchte vom verbotenen Baum, faul, die sind verboten, die gibt es nicht. Also da gibt es wirklich große Unterschiede und beim Recht auf Vergessen, um dieses noch zu sagen, ich habe ja im Google Beirat gewirkt, zusammen mit sieben anderen, Juristen, Philosophen, allem möglichen, aus Europa, mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen und da haben wir einen wirklichen Streitpunkt gehabt in unserem Gremium, wir sollten so ein bisschen Google sagen, wie sollen sie denn damit umgehen, es geht ja um Persönlichkeitsrechte und nicht um Geschäftemacherei, Herr Kirchhoff hat ja da seine Bedenken formuliert gehabt. Und bei einem Punkt haben wir einen großen Streit gehabt und keine einheitliche Meinung, nämlich, ich will jetzt mal das Juristische weglassen, soll am Ende weltweit gelöscht werden, ein Link oder nur in Europa. Zu Anfang hieß es nur in dem Staat, also das waren Spanien, von Spanien ausgegangen, nur für Spanien Link lösen, nur, dass man versteht, worum es geht. Ein Bürger kann hingehen zu Google und sagen, hier, wenn man mit meinem Namen recherchiert, mit Müller-Meyer-Schulze, kommt mal auf einen Artikel, der trifft heute gar nicht mehr zu, ich bin nämlich gar nicht mehr insolvent. Das war ich mal, aber heute nicht. Aber immer, wenn Müller eingegeben wird, Karl Müller, steht da insolvent, ich kriege Kredit, die Kunden sagen, was zum Insolventen, Karl Müller, gehen wir nicht, also kann keine Geschäfte machen. Dann soll, wenn man solche Persönlichkeitsverletzungen darin sieht, in so einer namensbezogenen Recherche, es möglich sein, dass der Link gelöscht wird. Auch wenn damals vor Jahren Faktum richtig war, der war insolvent. So, jetzt, wie funktioniert das Internet? Da kann ich natürlich auch nicht nur in Spanien recherchieren, ich kann von Deutschland aus recherchieren, von anderen europäischen Mitgliedstaaten, aber ich kann natürlich auch über Google.com recherchieren. So, und dann gebe ich da die Daten ein und wenn ich über diesen Link genau wieder zu dem Artikel komme, ja, was habe ich denn dann erreicht? Also habe ich ganz naiv gesagt, ja, natürlich muss das global gelöscht werden, das geht ja gar nicht anders, sonst haben wir ja nur einen Teilschutz. Da habe ich mich nicht mit durchsetzen können, also da waren alle dagegen, mit Ausnahme, also von mir, sieben andere sahen das anders, fanden das auch als viel zu weitgehend. Für Google wäre das die Kriegserklärung, die machen vieles andere mit. Das wäre die Kriegserklärung, da geht es ans eigene Geschäftsmodell und deshalb wird jetzt der Europäische Gerichtshof, und da wette ich, also einiges für, der wird sich mit dieser Frage beschäftigen, da kommt eine Vorlage aus Frankreich und da wird der Europäische Gerichtshof genau, ich vermute mal das so in die Richtung sagen, wie ich es jetzt eben intoniert habe. Sie hatten damals keine Veranlassung, weil das nicht im Streit war, und das Gericht befasst sich mit dem, was streitig ist. Also über, glaube ich, Gerichtsinstanzen, da wo sie da sind, kann man einiges erreichen, auch in diesem Bereich. Ich hätte mir gewünscht, dass bei der Datenschutzgrundverordnung, da steht jetzt in Artikel 17, Recht auf Vergessen, ist es eigentlich kein Recht auf Vergessen, weil der Artikel bleibt drin, aber ich sage, ein Recht schwieriger aufgefunden zu werden, das ist es mit Sicherheit mal, und da hätte man natürlich aufnehmen können, die Reichweite, so einer löslichen, und das ist da offen, nicht gesagt, man hat sich nicht einigen können, aber ich will ausnahmsweise mal eines sagen, die Bundesregierung hatte immerhin versucht, einen Formulierungsvorschlag einzubringen, der, wir hatten da etwas mitgewirkt, der sich genau in diese Richtung bewegte, aber da waren sie die Einzigen, ich würde mal sagen, die haben das zaghaft eingebracht, aber es war keinerlei Diskussion, und damit war es eben gestorben, und deshalb hat man die Chance nicht genutzt. Ja, herzlichen Dank, Frau Leute, Herr Schnarrenberger. Was ich dem entnehme, ist natürlich, das haben Sie vorhin schon angesprochen, und das kommt hier auch immer wieder bei dem Thema, das wir haben in Richtung Menschenrechte zum Ausdruck, das Rechtsverständnis, auch von der Historie, ist eben halt ein anderes. Und können wir mit unserem Rechtsverständnis, ich glaube, Sie haben es gesagt, oder ich glaube, Sie waren es, Herr Link, der gesagt hat, wir können nicht die Menschenrechte des Westens allen anderen überstülpen. Man kann natürlich gegenhaben, Menschenrechte, ist egal ob West oder Ost, sind überall gleich, Menschenrechte ist zum Beispiel Würde des Menschen, und die ist in Usbekistan eigentlich nicht anders als in Köln oder in Cottbus beispielsweise. Aber da hinzukommen, wir haben ja hier immer punktuell Dinge, die angesprochen werden, aber unsere Idee ist ja, ein Völkerrecht, ein Völkerrecht, wohlgemerkt, ein Völkerrecht, ein digitalisiertes praktisch. Da hinzukommen, wenn wir die Technik dann nochmal hineinnehmen, die auch heute angesprochen worden ist, kleiner Rekurs auf Frau Kinzelbach, die ja gesagt hat, was richtig ist, Facebook und wenn das über die Social Medias geht, nur meine Erfahrung ist, sobald die Bilder nicht im deutschen Fernsehen, bei CNN oder über die großen Sender laufen, tut sich da gar nichts. Erst dann erhebt sich sozusagen der Sturm der Entrüstung, dort wird es also transportiert, ich habe sehr häufig schon erlebt, dass im Internet Dinge standen, die erst relevant wurden, als dann vier, sechs Wochen später eine überregionale Zeitung das aufgegriffen hat. Da bekam es auf einmal Drive und wurde interessant. Also da kann man darüber diskutieren, aber das soll nicht der Hauptpunkt sein. Für mich ist immer noch die Überlegung, wie nähern wir uns an, bei diesen doch sehr unterschiedlichen Rechtsauffassungen, auch bei der Technik, die gemacht wird, ob in China, in den USA, bei uns. Wo ist der Ansatzpunkt, Herr Link, helfen Sie mir doch einfach nochmal, dass wir, ich will nicht sagen Durchbruch kriegen, aber wo wir sagen, außer guten Willen gibt es noch ein bisschen mehr, was wir machen können. Ja, ich bin froh, dass wir nochmal darauf zurückkommen. Es ist nämlich gerade vorhin schon angeklangen mit dem Beispiel Pakistan oder auch andere nach dem Motto, ja, in der Tat, es gibt eine regionale Interpretation der Menschenrechte oder gar eine komplett regionale Verständnis. Das mag in vielen Bereichen so sein, aber erinnern wir uns daran, was das eigentliche Kern ist, nicht Hierarchie, sondern Kern sind einige wenige Dinge. Menschenwürde, Meinungsfreiheit, auch Versammlungsfreiheit und Wahlrecht. Um mal einige wirklich absolute Kerndinge zu nennen, die in ganz unterschiedlichen Kulturkreisen, egal aus welchem religiösen Bereich sie kommen, akzeptiert sind und genau aus diesem Grunde eben auch immer wieder in den 50er, 60er, 70er Jahren auch von den Vereinten Nationen ganz unzweideutig so verabschiedet wurden. Ich rede nicht über regionale Auslegungsunterschiede, die es immer gibt, die es selbst zwischen USA und Deutschland gibt. Wir haben es gerade gehört. Oder Beispiel, das möchte ich nochmal ausdrücklich unterstreichen, was Sie sagten, Frau Lauterschen-Hanberger, der Shitstorm in Norwegen, der größte Shitstorm aller Zeiten, der in Norwegen war, weil in der Tat in der größten Zeitung des Landes ein eben nacktes Mädchen mit dem berühmten Vietnambild, das Mädchen, das von einer Napalm-Bombe unter anderem getroffen oder wurde und unter schrecklichen Verletzungen lebt, was die norwegische Zeitung auf dem Titelbild hatte und was dann von Facebook automatisch alles gelöscht wurde. Das zeigt natürlich, es gibt Auslegungsunterschiede und es gibt natürlich auch unterschiedlichen Spielraum, die Dinge anzuwenden. Aber der Kern muss klar sein. Meinungsfreiheit wird bei allen Unterschieden, die wir auch mit China haben und die wir kulturell, traditionell mit China auch immer haben werden. Der eigentliche Kernpunkt der Meinungsfreiheit kann nicht reduziert werden, auch das Wahlrecht als solches. Und in diesem Bereich, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir eben nicht in die Falle gehen, die uns gestellt wird von einigen Staaten. Gerade China unterstellt uns ja, das seien westliche Werte oder europäische Werte. Nein, in diese Falle dürfen wir nicht gehen. Deshalb betone ich immer so stark diesen Charakter der universellen Werte, so wie sie ja auch in der universellen Erklärung der Menschenrechte damals auch genannt wurden. Wir haben sehr wohl natürlich dann auch westliche Ausformungen, zum Beispiel in der sehr starken Verfeinerung auch unserer deutschen Grundrechtssprechung. Deshalb wäre es, glaube ich, und das sage ich jetzt ganz bewusst, auch natürlich wenig vorstellbar, dass wir unsere Ausformung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung anderen in der Tat wirklich so nahe bringen können, dass sie es übernehmen. Das wird nicht kommen. Aber der Kern, Meinungsfreiheit, Menschenwürde, Wahlrecht und Versammlungsfreiheit, der muss unbestritten sein. Ich möchte dazu noch eine kleine Anmerkung machen, wenn ich darf, weil das in der Tat im Moment ein ganz klarer Trend ist. Und ich möchte in Erinnerung rufen einen historischen Fakt. Und der ist, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ja von vielen europäischen Ländern damals in der Generalversammlung abgelehnt wurde, nämlich Ländern in Osteuropa, die nicht zufrieden waren mit der Formulierung oder zumindest sich auch nicht aktiv beteiligt haben. Im Gegenzug dazu haben sich vor allem die lateinamerikanischen Länder sehr, sehr stark eingemischt. Das Wort Menschenrechte, Human Rights, not Rights of Man, wie es in der ersten Formulierung statt, nämlich die Rechte des Menschen, aber es hört sich eben im Englischen auch gleichzeitig so an, Rechte des Mannes. Die Formulierung Human Rights kam aus Lateinamerika. Also es ist schlecht historisch falsch zu behaupten, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ein europäisches Produkt sei, ein westliches Produkt im Sinne von Europa und Nordamerika. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wer führt diesen Feldzug gegen die Menschenrechte als universelle Werte an, dann muss man ehrlicherweise sagen, es gibt bestimmte Rechte, wo durchaus auch gesellschaftliche Strömung den aktuellen Diskurs, der sich durchgesetzt hat in der UNO kritisch beäugen, gerade im Bereich der Antidiskriminierung. Natürlich gibt es Diskussionen auch immer wieder um die Gleichheit von Männern und Frauen, aber insbesondere momentan im Zusammenhang mit Schwulen, Lesbenrechten und Rechten von transsexuellen Menschen. Da müssen wir ehrlicherweise sagen, da haben wir in einigen Gesellschaften noch ein ganz anderes Verständnis als bei uns und das muss ausdiskutiert werden. Diese Diskussion müssen wir offen führen. Menschenrechte, wenn man sie jetzt nicht als juristische Normen versteht, sind ja auch politische Konstrukte und über die können und müssen wir diskutieren. Ich kenne allerdings keine Zivilgesellschaft, die wirklich behaupten würde, Meinungsfreiheit sei etwas, was nur die Europäer sich wünschen. Das sind in der Regel Staatenvertreter, die so einen Diskurs strategisch benutzen, um die Macht der Menschenrechte zu brechen und das sollte man sehr gezielt zurückweisen. Sie haben den Applaus, ich wollte es unterstreichen, das kann man, glaube ich, hier von jedem unterschreiben lassen. Gar keine Frage, jedenfalls in unserer Sphäre, in unserer Hemisphäre, Sie haben es ja angedeutet, woanders sieht es ganz anders aus. Herr Link, nochmal zurück, Herr Spohr, Entschuldigung, Quatsch, Herr Spohr, zurück auf das Thema Leitlinien für einen globalen digitalen Ordnungsrahmen, Völkerrecht des Netzes. Wir haben jetzt schon ein paar Punkte andiskutiert, hätten Sie ein, zwei Leitlinien beizusteuern? Sicherlich, wenn ich die Macht hätte, die umzusetzen. Ich glaube, es ist auch schon angeklungen heute, man muss wirklich sich klar machen, dass wir hier ein Mehrebenensystem haben. Also die nationale Rechtsordnung ist natürlich eine, die schon Lichtjahre weiter ist. Auch die europäische, die regionale, auch völkerrechtlich, aber regionale Rechtsordnung ist natürlich auch schon Lichtjahre weiter. Die völkerrechtliche Ordnung ist dann natürlich noch zurück und natürlich eben, weil wir zum Beispiel auch keinen internationalen Menschengerichtshof haben, eine, die sich langsamer entwickelt und vielleicht auch auf anderen Wegen. Also ich denke, dass diese, der von vielen verschiedenen, also von Seiten der Forschung, da wird ja viel dazu geforscht, das Alexander Humboldt-Institut für Internet oder eben auch der Sonderforschungscluster, der an der Frankfurter Universität eingerichtet worden ist, die machen sich da sehr viele Gedanken. Also was klar erscheint, dass es auf jeden Fall einen Mix geben muss, denke ich. Also wir sollten die völkerrechtlichen Ordnungen, die wir haben, stärken und weiter ausbauen. Das haben wir heute schon mehrfach gehört. Wir sollten aber eben auch sehen, was zum Beispiel, wenn wir eben die Situation haben, dass diese technischen Dienste von Privaten angeboten werden, müssen wir eben auch darüber nachdenken, was wir da weiterentwickeln können, aufbereiten können. Das AGB-Recht dieser Unternehmen oder eben halt auch die Schutzpflichten. Das finde ich persönlich am interessantesten, dass wir hier, das muss vielleicht auch nochmal unterstrichen werden, wenn wir über Menschenrechte in dem Zusammenhang reden, eine Neukonzipierung im Grunde genommen haben. Herr Kirchhoff hat das heute Morgen sehr schön dargestellt. Das ist wirklich, und deswegen ist es eben, da sehe ich auch wieder, dass sich häufig die zivilgesellschaftlichen Organisationen dann auch mit den Ministerien streiten, in denen halt die klassischeren Juristen sitzen, die dann eben nicht so sehr leicht auf einen Nenner kommen, weil da Forderungen gestellt werden. Das ist sozusagen eine komplette Infragestellung des gesamten Systems. Also ich denke, da sollte man die innovativen Ideen, die es gibt, die bestehenden tollen Ordnungen, die wir soweit haben, stützen, verteiligen und weiter ausbauen und dann eben einfach kreative Lösungen finden und mit der nötigen Geduld, glaube ich, auf diesen sehr, sehr langen Prozess. Das probieren wir hier, kreative Lösungen mit der nötigen Geduld zu finden. Zwar zeitlich beschränkt, aber ich will ja nicht den Advocatus Diabli spielen. Frau Leuter-Saschnarrenberger, außer Empathie, ich probiere es einfach nochmal, außer Empathie, was gibt es noch? Vielleicht ist man als Jurist oder Journalist auch gepolt, ich muss am Ende doch was in der Hand haben. Habe ich hier am Ende möglicherweise nichts in der Hand, sondern bin, um Frau Kinzelbach zu zitieren, in das chinesische Meer reingesprungen, um mit dem digitalen Untergang da geweiht zu sein. Das ist mal etwas überhöht gesprochen, aber ich probiere einfach näher an die Wirklichkeit heranzukommen. Die ist mir im Augenblick noch ein bisschen arg weit weg. Also ein konkreter Punkt für eine Leitlinie wäre ja mal das Elementarste, dass man versucht durchzusetzen, dass jeder, auch wenn es ein regionales Netz ist, einen Zugang überhaupt zu einem Netz hat und, das ist ja auch nicht überall so der Fall, und dass es irgendwie, ich sage so vorsichtig, geartete Kontrollmechanismen gibt. Herr Kirchhoff sprach von so unabhängigen staatlichen Institutionen, die ja auch hier in Deutschland gefordert werden für gewisse Entwicklungen. Wir haben ja eine Stärkung der Datenschutzbeauftragten, die haben wir aber anders auch gar nicht. Ja, eine Stärkung, und zwar gerade beim Informationsaustausch, also Austausch von Daten von nationalen Behörden, also zum Beispiel Sicherheitsbehörden in Deutschland, zu anderen, auch außereuropäischen Sicherheitsbehörden, dass da eben mit Blick auf Einhaltung von ganz bestimmten Grundsätzen, zum Ordo Publik, nicht all unsere einzelnen Datenschutzbestimmungen in Extenso, dass da eben ein Datenschutzbeauftragter drauf guckt, weil man den Behörden selbst nicht zutraut, das objektiv zu sehen. Das sind ja Mechanismen, über die man nachdenken kann, sie auch in so einen globalen Rahmen zu packen. Und ich denke mit Blick auf die Staaten, die eben ein anderes Verständnis haben oder die einfach Angst haben vor einer lebendigeren Zivilgesellschaft, also vor mündigeren, vor noch besser informierten Bürgerinnen und Bürgern, die dann mit einmal Dinge einfordern, die sie nicht wollen. Also wie in China, dass sie sagen, Mensch, wir wollen hier wirklich mehr Wissen, auch über die Politik in anderen Ländern, über die Rechte und nicht nur das, was uns hier serviert wird. Wie weit man doch nochmal den Hebel auch des wirtschaftlichen Interesses des Staates mitnimmt. China hat nun ein ganz großes Interesse, braucht es auch angesichts dieser dynamischen Entwicklung, die wir dort haben und auch unglaublichem Nachholbedarf. China ist interessiert an wirtschaftlicher Entwicklung, will natürlich auch Zugang haben zu allen Märkten, will natürlich auch, dass zum Beispiel im Bereich Onlinehandel vieles andere mehr, viel leichter Geschäfte gemacht werden können. Es gibt ja einen Riesenanbieter in China, war übrigens auch schon immer Gegenstand der deutsch-chinesischen Rechtsstaatsgespräche. Da gucken sie dann sehr drauf, wie kann man denn da den Rahmen verbessern, weil es ihnen nutzen würde. So und das sind doch in meinen Augen dann die Hebel, wo man sagen muss, können wir sehr gut drüber reden. Ja, natürlich, stärkere Möglichkeiten des Onlinehandels, was mit bezahlen, mit all diesen Dingen, die da sind, die man irgendwo ein bisschen regelmutter mit Rechtssicherheit, für die Beteiligten besteht, aber dann muss auch hier mehr sein an Rechten der Einzelnen, der Bürger beim Zugang zu diesem Medium. Also indem man versucht, das finde ich jetzt kein nichts Unanständiges, indem man versucht zu sehen, wo hat ein Staat ein Interesse und das zu versuchen zu verbinden mit einer Stärkung, dann auch Kernelemente von Menschenrecht soziert, hier zum Beispiel mit generell Zugang zum Internet weniger Kontrolle, dass jemand, der dreimal auf einer Seite war, die als kritisch gesehen wird, dann sofort als Staatsfeind angesehen wird, anderes mehr. Also ich glaube, das muss man wirklich in dieser Richtung probieren, weil sich hinstellen und sagen, also jetzt wollen wir mal durchdeklinieren, den Zivilpakt und dann die Ergänzungen dazu und das wollen wir mal ganz grob galaktisch machen, wenn die sagen, ja, das passt bei uns jetzt nicht, wir sind an anderen Dingen interessiert, sondern versuchen, das miteinander zu verbinden und da vielleicht auch Schritte eines besseren Rahmens zu haben, der dann unter diesem Motto hier, Völkerrecht des Netzes, also ein besserer digitaler Ordnungsrahmen, der Beteiligten ein bisschen mehr Rechte gibt, dass es sich in diese Richtung bewegt. Also ich bin da jetzt eher bei einem kleinen Brötchen, aber Sie wollen am Ende ja Brötchen in der Hand haben. Nein, es wäre ja wunderbar, wenn wir schon vom Krümel zum Brötchen kämen oder zum kleinen Brötchen, das war so eine kleine Brötchenbacken, das wäre mir schon recht, kein Problem, aber wenn wir eine neue Technik haben, digitale Technik, dann habe ich eben gesagt, vier Jahre war alleine, glaube ich, hat Europa an der Datenschutzrichtlinie diskutiert und in Anführungsstrichen rumgebastelt. In der Zeit hat sich das Netz von 2.0, hätte ich beinahe auch 4.0 entwickelt. Das heißt also, auch wenn wir die gute Idee bringen, Völkerrecht des Internets, die Technik überholt uns doch immer wieder. Wir sehen das in anderen Bereichen. Natürlich, wenn ich mich als Autofahrer im Verkehr begebe, kann ich darin umkommen, das heißt, ich akzeptiere aber einen Teil dessen und muss ich das nicht auch im Internet, und zwar weltweit. Es heißt immer, ich habe nichts zu verbergen, da kann auch jeder nachgucken. Aber wenn eine neue Technik da ist, müssen wir nicht auch überlegen, damit müssen wir Menschen in einem gewissen Teil auch negativ leben, ohne dass wir uns dagegen schützen können. Ja, natürlich gibt es immer Abwägungsentscheidungen, diese Abwägungsentscheidungen treffen wir alle tagtäglich. Ich meine, ich habe meine GPS-Daten auch nicht ausgestellt, weil ich natürlich hier pünktlich erscheinen wollte. Also diese Abwägungsentscheidung, die steht uns auch frei zu treffen. Ich möchte auch ein paar Krümel beitragen, wenn ich das darf. Also erst mal... Daraus setzen sich ja Brötchen zusammen, glaube ich. Nicht wahr, vielleicht können wir gemeinsam backen. Also erstens denke ich, und ich habe das ja schon in meinem Vortrag gesagt, es gibt vielen Gründen zu Optimismus, weil das Regelwerk, was nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde, einen wirklich positiven Beitrag leistet. Und unter den bestehenden Regelungen können wir eben auch Probleme im digitalen Feld, was den Schutz der Privatsphäre angeht, ansprechen. Das heißt, ein ganz praktischer Schritt wäre, es zur Norm zu machen, innerhalb von der UNO immer wieder zu kommentieren, wie andere Staaten mit Daten im Internet umgehen. Das sehen die Menschenrechtsverträge vor. Wenn man einen Staat einen Menschenrechtsvertrag unterzeichnet, ist das die Einladung an andere Staatenvertreter, die Überprüfung dieser Pakte durchzuführen und zu kommentieren. Das heißt, das können wir tun. Und natürlich leider nur bei den Ländern, die diese Pakte ratifiziert haben. China hat das mit dem Zivilpakt zum Beispiel nicht getan. Und Sie wissen auch, warum Sie das nicht tun. Früher haben Staaten Menschenrechtspakte ratifiziert, weil sie dachten, ähnlich wie im Prozess der OSZE mit der Helsinki-Akte, ja, ja, das sind so ein paar warme Worte, das ist Papier, das ist nicht so wichtig. Und dann haben sie aber gemerkt, welche politische Macht diese Verträge doch entfalten. Und insofern überlegen sich das Staaten heute sehr genau, ob sie den Zivilpakt nur noch ratifizieren oder nicht. Aber wenn sie es getan haben, sollten wir es zur Praxis machen, einfach auch den Umgang mit digitalen Informationen immer wieder in den bestehenden UN-Foren zu diskutieren. Ich denke auch, dass die Zivilgesellschaft mittlerweile ganz interessante Schritte unternimmt, indem sie versucht, und das ist eher politische Rhetorik, also als ein ernst gemeinter versucht, hier neue Verträge zu verhandeln, zum Beispiel versucht, von dem Recht auf Verschlüsselung zu sprechen. Ja, das kristallisiert einen Punkt, einen auch technischen Punkt, in einer Form, der die öffentliche Debatte, finde ich, sehr bereichert, ob man nun daraus wirklich einen Vertrag macht, also ich würde das nicht empfehlen, aber ich will damit sagen... Da muss ja die Hintertür auch geregelt werden. Ja, aber es gibt Möglichkeiten, über die öffentliche Debatte, da, sage ich mal, Schritt für Schritt mit der Technik mitzugehen. Letztendlich, und das ist einfach im politischen Geschäft so, letztendlich werden die eigentlichen Regeln auf nationaler Ebene gemacht, in ganz seltenen Fällen wie eben in der Europäischen Union gibt es da auch regionale Verbände, aber letztlich muss das national umgesetzt, interpretiert werden, vor die Gerichte gebracht werden, etc. Und da werden die Regeln immer ein bisschen hinter der Technik hinterherrennen. In diesen Graufeldern sollte jeder Einzelne informiert sein, was das Handeln für Folgen hat und dann eigene Entscheidungen treffen. In der Technik ist es immer wie bei den Anti-Anti-Anti-Raketen. Der eine entwickelt was und der andere entwickelt immer was dagegen. Herr Link, herzlichen Dank, die kommen mir schon sehr entgegen, dass wir jetzt erstmal sozusagen den Step anfangen national und dann weiter marschieren, denn Professor Kirchhoff hat das ja auch gesagt, er hat gesagt, die großen Internetkonzerne wollen ja von uns was, die kommen ja hier rein und er hat auch mal in einem Aufsatz geschrieben, warum können wir eigentlich nicht das normale Zivilrecht auch aufs Internet übertragen, wenn die von uns was wollen. Die sind doch hier und die müssen sich dann an die Regeln dieses Staates halten, sonst kommen sie nicht mehr rein, Punkt aus, Feierabend. Das ist mit diesen europäischen Regelungen jetzt ab 2018 gemacht worden und verbunden mit Sanktionen. Das halte ich auch noch für einen wichtigen Aspekt. Ich meine, die Amerikaner beim Abgas, wie auch immer, und auch wenn es Banken oder sonst hingeht, man macht den Banken und den Konzernen vor, werfen, was man will. Aber eines muss man doch konstatieren, da sind die Amerikaner mit Sanktionen auch sehr bei der Sache. Jetzt reden Sie schon davon, wenn die Datenschutz-Grundverordnung kommt, Europa macht einen Feldzug gegen unsere Internetkonzerne. Ich rede jetzt nicht von der Steuer, sondern dann, wenn es auch um Datenschutzstandards geht. Nein, überhaupt nicht, da muss man sich an Regeln halten und diese Regeln müssen auch gekannt werden. Und ich glaube, dass man Mechanismen braucht, wo man auch leicht als Nutzer mit solchen Regeln umgeht, weil man ja auch selbst was machen muss. Es nützt nichts, das nur in, sagen wir mal, Pakten und in Gesetzen zu haben. Und da finde ich, das, was jetzt in diesen europäischen Standards kommt, viel mehr Zertifizierung ermöglichen. Unternehmen Anreize geben, dass sie selbst sagen, wir wollen datenschutzfreundlich sein, auch in unserer Technik. Dass eben gar nicht, ich nicht mehr weiß, wie gehe ich mit dem Cookie um, sondern ich erst gefragt werde, wollt ihr denn, dass da ein Cookie gesetzt wird oder nicht? Und dann kann ich sagen, nee, will ich gar nicht und ich muss nicht mühsamen Weg finden, dass ich mich irgendwie davon befreie. Also ganz viele Dinge und dass ich das auch noch mit Symbolen darstelle. Also grün, super europäische Standards, Datenschutzstandards. Gelb, ganz ordentlich. Rot, naja, macht nochmal gerade das, was vielleicht so zwingend geboten ist. Also, dass der Nutzer auch viel leichter mit dem, was eine Verbesserung sein soll, im täglichen Leben umgehen kann. So, das macht es dann auch ein bisschen greifbar. Und ich denke, in die Richtung zu gehen, dann auch mit anderen Dingen, das ist, ja, von der unteren Ebene nach oben, das, glaube ich, ist etwas, wo es schon noch mehr passieren wird, als wir derzeit haben. Ja, danke schön. Die Farben waren jetzt wertneutral gemeint, Herr Link. Sie haben ja diese internationale Erfahrung. Und wenn ich das jetzt, ich will das nicht interpretieren, aber wenn ich so richtig sehe, Frau Leuthorst hat mir da auch ein bisschen Recht gegeben, ich gehe nochmal auf Herrn Kirchhoff zurück, wir könnten eigentlich mehr erreichen, wenn wir den wirtschaftlichen Druck erhöhen, über die Wirtschaft lässt sich, so habe ich das rausgehört eigentlich, wenn denn die Politiker da mitmachen, eigentlich am meisten erreichen. Und weil über das Geld reagieren die Leute, sei es über Sanktionen, die neue Datenschutzverordnung sieht 4% des Jahres Umsatz vor, wenn, erzählt es mal, was Falsches machen würde, das könnte die Millionen Beträge kosten. Aber auch Google und Facebook. Auch Google und Facebook, natürlich, eben. Also da ziehen wir jetzt mit den Amerikanern etwas mal ein bisschen gleich, Gott sei Dank. Aber auf Ihre internationale Erfahrung nochmal zurück. Manche würden das, Sie werden es mir verzeihen, nennen, da wird ja viel gelabert auf diesen Dingen. Können wir dieses Labern, wenn man den Ansatzpunkt mal richtig nimmt, sagen, Labern ist gar nicht schlecht, reden muss man immer, aber wir müssen tatsächlich auf internationaler Ebene wirtschaftlich etwas ansetzen. Und gibt es da aus Ihrer Sicht Ansatzpunkte, aus Ihrer Erfahrung einfach, von der wir hier profitieren wollen? Sie kommen ja viel rum, Sie sehen es auch vor allen Dingen in osteuropäischen Ländern. Gibt es da Ansatzpunkte, um die Leute mit ins Boot, wiederum auf unser Thema zurückzukommen, ins Völkerboot oder Völkerrechtsboot zu bekommen und da die Schrauben bei dem Unternehmen aus Baden-Württemberg ein bisschen anzuziehen? Ja, natürlich ist das ein unglaublich starkes Instrument, attraktive Rahmenbedingungen in einem nationalen Markt zu schaffen. Polen wäre heute nicht dort wirtschaftlich, wenn es eben nicht rechtsstaatliche Reformen konsequent gemacht hätte in den 90er Jahren. Hier ist leider die Ausnahme von der Regel, Frau Kinzelbach sagt, international Verbesserung der Menschenrechte im Durchschnitt, ja. Wir haben leider in der EU andere Beispiele, wo es in die falsche Richtung geht, auch in der OSZE, leider, leider. Aber in der Tat, diese Rahmenbedingungen sind wichtig und sie sind einerseits wichtig, natürlich um die geeigneten Investitionen anzuziehen. Kein Mensch geht irgendwo hin, wo er nicht Kontrolle über seine Investitionen hat. Leider gibt es immer wieder einige wenige Unternehmen, die dann scheinbar für alle sprechen, die dann mit einem speziellen Deal in ein spezielles Land gehen, dort auch enormen Schnitt machen, aber natürlich gefährliche Kompromisse dafür eingehen, weshalb sie natürlich dann auch im Falle von Wirtschaftssanktionen auch die Konsequenzen zu tragen haben. Daneben gibt es noch einen anderen wichtigen wirtschaftlichen Aspekt, das ist eben die Nachfrage macht der Verbraucher. Und ich würde mir wünschen, dass wenigstens annähernd so viele Verbraucher ähnlich sensibel reagieren würden wie bei Bio, wenn es um ihre Daten geht. Jeder ist mittlerweile, fast jeder ist sensibel, was Bio angeht, oder etwas, was mir besonders gefällt, eben auch der Ansatz regional auch zu kaufen. Aber wo ist die gleiche Sensibilität bei Daten? Meine Daten. Das Bewusstsein, dass es meine Daten sind. Und das wäre schon viel geworden. Und letzter Punkt, vergessen wir nicht in dem Bereich, Dritte können es nutzen bei konkreten Dingen und damit entfalten sie tatsächlich eine Wirkung. Und so kann indirekt, nicht über Gerichte, nicht über Sanktionen, aber indirekt tatsächlich eine konkrete Folge von Menschenrechtsverletzungen dann auch wirklich geahndet werden. Und Serben musste in der Tat massiv nachbessern und hat, wie Sie wissen, bis zum heutigen Tag auch das Kapitel Justiz und Verwaltung und Recht natürlich bei weitem noch nicht erfüllt. Ja, danke schön. Meine letzte Frage auf dem Podium an Sie, Herr Spohr, Sie gehören ja mit Frau Kinzelbach hier auf diesem Podium zur digitalen Jugend. Von Ihrem Aufgabenfeld, das Sie jetzt beackern bei der Stiftung, wie sehen Sie die Zukunft aus Ihren Erfahrungen, die Sie bisher gemacht haben und in welche Richtung würden Sie arbeiten, was würden Sie sich vorstellen, wie es in Zukunft aus Ihrer Sicht weitergeht? Ansatzpunkte, Krümel, Mehl zu bleiben, für das Brötchen zu backen, was wären Ihre Wünsche, was wären Ihre Ideen? Sie werden noch sicher lange mit diesem Thema zu tun haben, wenn Sie einfach mal spinnen, was könnte zum Schluss oder was wäre für Sie ein Ergebnis, das Sie gerne hätten? Ja, also ganz herzlichen Dank, ich hatte, das brannte mir auch schon so ein bisschen unter den Nägeln der Hinweis auf den Verbraucher, weil mit der Nachmannsschriftung haben wir ja jetzt auch eine Veranstaltungsreihe zum Thema Wirtschaft im Menschenrechte und wir saßen gerade erst vor zwei Wochen mit Herrn Dr. Merck von der Otto-Gruppe, einem CSA-Chef da zusammen und der sagte da dann ganz trocken in hansiatischer Art, also das ist ein Unternehmen, das hat 2,3 Milliarden Umsatz, die wissen wirklich, was der Verbraucher so tut und es gibt keinen Markt für menschenrechtlich produzierte Waren, es gibt ein paar Nischen und so weiter, also das geht an uns alle und ähnlich ist es eben auch genau, wie Sie sagen, mit den Daten und wenn ich jetzt ein bisschen als Digital Native sozusagen sprechen darf, mich hier sozusagen als Vertreter der Jugend aufzuschwingen, was ich mir wünsche und was vielleicht ein Gedanke ist, es gibt noch nicht, also zumindest vor allem bei den Freunden aus dem Bekanntenkreis des angelsächsischen Raums, gab es nie dieses Empfinden dafür, also wir hatten immer das Problem, ich bin immer ausgelacht worden die letzten 10 Jahre, dass ich nie ein richtiges Foto bei Facebook drin habe und das ist vielleicht auch eine Erfahrung aus unserer Geschichte hier mit zwei Regimen, wo es einfach noch zumindest Elterngenerationen gibt, die wissen, was das heißt, wenn man in einem Überwachungsstaat lebt und diese Erfahrung gibt es seltener, man lernt es in der Schule, ich weiß nicht, da könnten jetzt am besten die Schüler, die hier sind, irgendwie vielleicht noch was dazu sagen, ich glaube, da muss man viel machen und das nicht wieder so für selbstverständlich nehmen, also wie kriegen wir das in die Gesellschaft rein, da muss man natürlich kreative Politiker auch befragen Also das, was Frau Ginzelbach gesagt hat, heute geht digital mit einem Druck, was die Stasi in 40 Jahren nicht geschafft hat, den Staat umzukrempeln. Ich habe immer das Problem, wenn ich sozusagen, ich werde dann nun auch im privaten, in meinem privaten Umfeld als Mensch nicht da irgendwo wahrgenommen und wenn ich dann immer das versuche, den Leuten klar zu machen, dann fehlen einem auch immer ein bisschen die Argumente, wenn die dann sagt, ich habe doch nichts zu verbergen, das Berühmte. Also da kreativ zu werden, dass die Leute noch mehr zu dem berühmten, mündigen Verbraucher werden, den der Europäische Gerichtshof von bestimmt. Kann es nur noch kurze Nachfrage so sein, weil es nichts Greifbares gibt für die Leute, wie auch der von Otto Verlake, die ich beinahe gesagt habe, nein, gesagt hat, es gibt keinen Markt dafür. Ja, es gibt immer einen Markt, aber man muss es den Leuten auch noch verständlicher machen, warum muss ich denn jetzt so vorsichtig sein, ich habe doch nichts zu verbergen, warum denn? Da bleiben wir vielleicht auch als Experten, weil wir sind uns ja immer schön einig, wir wissen das ja alles, wie kommen wir darüber und ich finde auch, da ist viel... Wir sind uns nicht einig, ich probiere da schon... Also zumindest sind wir uns in den Grundwerten eigentlich, dass wir vorsichtig sind oder eigentlich, wenn wir können, dann die GPS-Daten ausmachen. Aber das macht ja nicht mal Frau Kinzel GPS-Daten aus. Aber wenn ich in China bin, schon, also ich mache halt den Unterschied zwischen Deutschland und anderen. Ja, bei China muss man sich dran gewöhnen, als ich das letzte Mal da war, ich hatte mich ganz normal als Tourist angemeldet, kriegte ich meinen Pass mit dem Ding drin, dies ist ein touristisches Visum und Sie haben keine journalistischen Aufgaben zu erfüllen, und da habe ich mich gefragt, weil wissen die das? Ich habe mich ganz normal angemeldet. Also gut. Also vielleicht ein... Ja, genau. Also vielleicht ein letztes Wort, wenn Sie die schon hier... Ja, ich bitte gerne. Also ich finde, dass wir es vielleicht wirklich auch, gerade ist jetzt vielleicht ganz an meine eigene Generation gerichtet, dass wir das wieder mehr auch als, also mehr Stolz entwickeln, was wir da erreicht haben, wo diese Werte herkommen, was es für Erfahrungen gibt, was das eigentlich ist, was der Wert darin ist. Ich meine, es gibt viele in der Schule, die Schüler werden es bestätigen können, das wird roh auf und runter genudelt und so weiter, aber dass wir das wieder innovativer rüberbringen und da eben auch dieses Feuer vielleicht sogar entwickeln, gerade in der Situation, in der wir politisch generell sind, mit dem Rechtspopulismus, der im Übrigen als das große Problem für den gesamten Menschenrechtsbereich die nächsten Jahre sein wird. Also dass wir da wirklich einen Stolz und auch eben das politische Feuer wieder entwickeln und die mehr jungen Leute auch in Politik. Die jungen Leute haben nicht die Erfahrung, die wir Älteren auch mit der DDR gemacht haben, wo wir das noch gesehen haben. Die Nazi-Zeit davor ist noch weiter weg. Wir kriegen das zwar alles heute immer per Bildschirm mit und über Facebook, wie schlimm das ist, und die Bilder, ich sprach Syrien an, aber Menschenrechte, Frau Leuter, das schnarrt ein Lager. Ich glaube, Sie hatten vorhin so ein Wort gebraucht, das ist nicht richtig greifbar. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Aspekt, wenn mal jemand erlebt hat, dass aufgrund von bestimmten Informationen im Netz frei zugänglich einem etwas verwehrt wurde, entweder in meiner Sock-Vorstellung hat öffentlich zugängliche Netz geknüpft, Ich kriege keinen von Schufa, keinen Kredit. Dann haben die gesagt, also was Sie damals und wie Sie da an dem Brunnen abends da Bier getrunken haben, nee, zwar vor jungen Jahren, aber wir haben andere Bewerber, da ist das dreimal besser. Oder Sie kriegen bei der Schufa keinen Kredit. Oder Sie werden sicherheitsüberprüft für ganz bestimmte Tätigkeiten, bekommen nicht gesagt, aber es wird eben Ihnen ein Negativattest ausgestellt. Sie wissen nicht warum. Das heißt, überall können ja gerade diese nun sehr vorhandenen und auch zugänglichen Informationen verwandt werden. Und ich glaube, da wird es greifbar, aber wir wollen ja nicht, dass erst mal jemand eine Negativerfahrung macht, um dann zu sagen, so jetzt weiß ich auch, dass ich also ganz bewusst mit meinen Daten umgehen muss. Von daher finde ich den Ansatz, den heute Morgen Herr Kirchhoff so ein bisschen sehr schnell weggewischt hat, noch mal sehr nachdenkenswert. Daten sind Macht. Das ist das Gut heute im digitalen Geschäft. Und Güter kosten was. Im Urheberrecht kann ich auch nicht kostenlos nutzen, die Produkte von anderen. Wie ich das mache im Netz, ist dann eine Sache, aber inzwischen haben wir mit Spotify und anderen, da bezahle ich einen Pauschalbetrag, da wird nicht mehr kostenlos ausgetauscht. Also, das ist etwas, was einen auch materiellen, neben dem immateriellen Wert hat. Warum soll das denn nicht mal stärker Eingang finden? Es gibt inzwischen Untersuchungen, Daten als Handelsware. Ich möchte jetzt nicht, dass das so ein normales Gut wird, nach dem Motto, wunderbar, ich zocke da ein bisschen und dann gebe ich meine ganzen Daten preis, dann bin ich halt Objekt, aber im Moment habe ich ein bisschen was auf meinem Konto. Das möchte ich nicht, dass das in die Richtung geht. Aber, dass da, wo Daten Grundlage sind für ganz viele Angebote und Entwicklungen und diese Konzerne natürlich auch dreimal in der Lage sind, was zu zahlen, weil bei denen subsumiert sich ja nochmal dann Umsatz und eben auch Gewinn mit diesen Daten. Das ist ja nun nicht so, dass die dann, sag ich mal, als soziales Wohlfahrtsunternehmen sich da selbst verstehen, sondern es geht um dreistellige Milliarden teilweise, mindestens mal zwei. Und da stärker mal zu überlegen, wie kann ich diesen Daten auch mal einen anderen Wert geben, auch einen Teil materiellen Wert, auch wenn ich meine Persönlichkeitsrechte natürlich nicht veräußere, aber einen stärkeren materiellen Wert, das denke ich, ist schon ein Aspekt. Und das kann man auch einbringen, das ist ja eigentlich normal, wie im Kaufrecht, im Vertragsrecht. Genau, also das, was wir tagtäglich machen, dann muss ich was bezahlen. Angebot und Nachfrage. Und warum soll ich nicht stärker diese Daten da auch gewichten? Im Kartellrecht wird genau das jetzt kommen, dann, Kartellrecht muss geändert werden, weil die Konzerne nicht so sehr auch daran bewertet werden, marktbeherrschende Stellung, wie ist das mit Fusion, wie sie Daten verwenden. Also Daten sind bisher nicht so ein Faktor, ein gewichtiger, finanziell bewerteter Faktor. Das muss geändert werden, weil das macht ja gerade viele Konzerne aus. Und ich denke, so dieser Gedanke, da muss man sich natürlich über Ausgestaltung überlegen, das darf wiederum ja nicht exkludieren, sondern dass nur die, die viel Geld haben, sich beteiligen können am digitalen Leben und andere, die nicht, also da muss man natürlich genau schauen, aber dass generell die Daten im Gegenwert sind. Und jeder Bürger dann da auch was von hat und sich bewusst macht, wenn ich das jetzt preisgebe, ich bekomme zwar was dafür, aber das ist ein wichtiges Gut. Also muss mich das doch sensibilisieren. Also ich denke mal, in die Richtung auch zu denken, finde ich gut und das würde ich nicht so wegwischen wollen. Und das finde ich auch, demfalls für das Podium, gutes Schlusswort, weil vielleicht kann man es auch etwas salopp formulieren, wir müssen endlich mal von der Mentalität weg, wie auch als Verbraucher, alles auf lau haben zu wollen, auf lau haben zu wollen, gleichzeitig aber geschützt zu werden bis zum Gehtnichtmehr. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wir müssen da, Sie haben es angesprochen, Frau Reuterser-Schnarrenberger, was wir auch im realen Leben, im normalen Zivilrecht haben, Angebot und Nachfrage. Und als Verbraucher stellen wir uns immer auf die Hinterbeine, wo kriege ich noch etwas billiger, was kann ich da bezahlen, aber das dürfte aus meiner Sicht für die Zukunft vorbei sein, dieser Ansatz war ja, Sie erwähnten es auch von Professor Kirchhoff da, und ich glaube, diesen Ansatz kann man auch von der wirtschaftlichen Macht, die ich ansprach, durchaus mit in das Gebiet nehmen, das wir probiert haben, ein bisschen zu beackern. Zumindest haben wir das Brötchen jetzt mal auf dem Bäckertisch, der Mehle ist schon dran, wir müssen jetzt noch ein bisschen rollen, aber dazu reicht die Zeit heute nicht mehr, aber vielleicht kommen wir noch dazu, dass wir das Brötchen irgendwann anders backen und dann auch zusammen essen. Ich möchte mich erst mal hier bedanken auf dem Podium für die Anregungen, wir waren uns einig, auch am Anfang, als wir kurz mal darüber gesprochen haben, den großen Durchbruch auch für China kriegen wir heute nicht, aber Frau Kinzelbach wird da weiter dran arbeiten, denn wir essen immer nur Mandarinen, Sie können das auf Mandarinisch alles schön sagen, das ist also wunderbar, herzlichen Dank an Sie, dass Sie so mitgemacht haben zunächst. Mit dem Blick auf die Uhr, weil Frau Leuthäuser-Schnarrenberger auch weg muss, aber ich könnte mir denken, der eine oder andere doch noch dringend was zu fragen hat, würde ich jetzt gerne ins Publikum gehen und ich hatte auch schon jemanden, da mitschreiben Sie ihn unendlich, bitte. Ja, es ist, es ist also in der neuen Datenschutzverordnung der EU drin, dass die Auskunftsrechte sehr gestärkt werden, aber wie wir auch heute Morgen gehört haben, ist das Verlangen das eine und die Wirklichkeit, es durchzusetzen, dann das andere, das ist das Problem. Also der richtige Adressat, also man hat dann dieses Recht, weil Auskunft etwas erfahren können, ist die Voraussetzung dafür, Rechte wahrnehmen zu können und deshalb ist das eindeutig geregelt, auch gut geregelt. Die Frage ist, an welchen Adressaten und dann wird eben, dann geht ja einheitliches Recht für alle, für Facebook in Deutschland, in Irland, überall und Facebook ist auch mit Sitz in Amerika hier unterworfen, dem europäischen Recht. So, dann können die zwar noch ein bisschen rumzockern, dann haben aber die Datenschutzbeauftragten eine ganz andere Möglichkeit, weil dann wird am Ende Facebook mit der Adresse in Hamburg eben genau diese Auskunft erteilen müssen und dann müssen sie sich die Infos eben im Zweifel vom amerikanischen Rechner besorgen. Aber sie können nicht mehr darauf verwiesen werden, dass sie irgendeine Zustelladresse in Amerika suchen und natürlich im Zweifel keine finden. Ja, also es geht ein bisschen in die Richtung Schufa-Auskunft, die sie auch viele Jahre nie bekommen haben und ja auch gesetzlich geändert wurde. Dass sie die einmal sogar umsonst bekommen im Jahr, eine etwas detailliertere für 10 Euro, dann können sie also alles erfahren. Da hinten, hören Sie bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielleicht können wir gleich die Jugendlichen fragen, wie das aussieht, da gab es ja schon eine Meldung. Ja, bitte, also, wer von Ihnen? Und eben auch gesagt wird, wie wir uns dort behalten sollten. Es wird mehrfach darauf aufmerksam gemacht wird, dass jeder Terminale, die der Bundesführer, bevor jemand einstellt, eben was besucht. Und eben die Facebook-Seite verantworten, ob der lieber Abend ein Ding gibt und sagt, ich bin lieber Ulang-Kranz oder machen wir einen auch kranz. Und dadurch werden wir sozusagen schon auch mit erzogen. Das ist auch ein neuer Bildungsplan, mit drin, dass eben diese Verzerrte Medienwählung auch auf der 5 oder der Bundeswehr schon zusammenbindet. Das ist ein neuer Bildungsplan, der jetzt noch von dem Minister dort verabschieden wollte. Ich bin hier nicht in die Frage zu antworten. Und jetzt habe ich noch eine eigene Frage, die von Leute, die Schlamberger, die haben in ihrem Auftakt erwähnt, die NSA und die Snowden-Papierer-Gleichheit, und haben das ja auch. So, also jetzt ist ein neues Fass aufgemacht. Das will ich jetzt aber nicht noch weiter öffnen. Also, wie ist Snowden zu sehen? Die Einsagen, das sind zum Beispiel auch viele in Amerika, sagen, das ist ein Vaterlandsverräter, der hat, das ist unstreitig, Staatsgeheimnisse verletzt. Also etwas, was eine Behörde als ihre eigenen Dinge ansieht, ihre ureigene Aufgabe ansieht, die gefährdet werden kann, wenn man das öffentlich macht, hat der Herr Snowden aus Sicht von diesen Verantwortlichen, auch von vielen Politikern in Amerika verletzt. Deshalb ist das für die ein Krimineller und der gehört vor Gericht gestellt. Das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist die, dass man sagt, das ist doch eigentlich ein Whistleblower. Also der hat doch über ein gewisses Staatsversagen, nämlich mangelnde Kontrolle über das, was passiert. Ich will jetzt nicht über die amerikanische Rechtslage hier ein Urteil abgeben, aber wie das eben auch mit Daten von gerade Bürgern aus der Europäischen Union geht, aber auch mit Verantwortlichen eben in Brasilien, in Deutschland von Frau Merkel, von vielen anderen und wie die zugreifen auf Schnittstellen, Datenschnittstellen, Glasfaserkabeln, die in Deutschland sind, wo die meisten Daten rausgehen. Also auch auf deutschem Boden, was passiert. Und das ist ja ein Staatsversagen und da ist auch in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern das Verständnis, so ein sogenannter Whistleblower, der auf staatliche Defizite oder auf eindeutige Fehler hinweist und die strukturell bedeutsam sind, den darf man doch nicht nur so wie einen vielleicht Kriminellen sehen, sondern für den sollten, ich sage jetzt mal ganz einfach, Strafmildernde oder andere Gründe gelten. So, das ist so etwas, was im europäischen Raum in unterschiedlicher Ausgestaltung gesehen wird. Politisch verfolgt ist natürlich nochmal eine andere Kategorie. Zu sagen, jemand, der so etwas preisgibt, ist im eigenen Land, weil er dort nach Strafrechtsbestimmungen zur Verantwortung gezogen wird, politisch verfolgt, ich würde mal sagen, ist ein schwieriges Thema. Deshalb fand ich das immer falsch, das immer so auf dieses Thema Asyl zu fokussieren. Die Frage ist, ob ein anderer Staat bereit ist, einen legalen Aufenthaltsstatus jemanden zu geben, nach normalen Aufenthaltsbestimmungen, weil der weiß ja auch ganz viel, vielleicht kann der auch bei uns im BND nochmal ein bisschen auf Zack bringen oder so, technisch, was Verschlüsselungmöglichkeiten anderes angeht, also könnten wir vielleicht auch von profitieren. Das wäre natürlich ein einfacherer Weg und dann, letztes Wort dazu, darf man aber nicht außer Betracht lassen, was das an politischen Implikationen nach sich ziehen würde. Und als Politiker muss man das auch sehen. Da kann man nicht so tun, als würde dann Amerika nicht reagieren, die hier ein ganz anderes Interesse aus ihrer Sicht haben. Das führt am Ende dazu, angesichts dieser unterschiedlichsten Interessen, dass der Herr Snowden noch etwas in Russland bleiben wird. Wenn Sie mich fragen, ich finde es am allerbesten, man würde einen Weg finden, hinter den Kulissen zu verhandeln, auch mit entsprechenden Stellen in Amerika, dass der nicht angeklagt wird und kriegt 66 oder 99 Jahre, sondern wenn das aus unserer Sicht kriegt, der vielleicht, was weiß ich, 6 bis 8 und dann kann man es runtersetzen und dann kommt schnell eine Bewährung und sodass das jedenfalls sich auf einem Level bewegt. Man sagt, es ist nicht erlaubt, man bestraft es auch, aber in einem erträglichen Umfang, sodass Herr Snowden dann auch wirklich wieder eine Perspektive hätte, im eigenen Land zu leben. Ich glaube, da ist im Moment der Weg hin leider nicht eröffnet. Herr Snowden ist Amerikaner, aber ich lasse Sie gleich noch zu, wir wollen das fast in der Tat nicht aufmachen, sonst kommen wir noch zu den Steuer-CDs. Bitte. Herr Link, das ist eigentlich eine Frage, oder? Ja, wir müssen jetzt, Frau Leutherser-Schnarrenberger, ich habe immer in Spanisch gedacht, auf Spanisch verabschieden, Sie müssen jetzt wirklich zum Zug. Ganz herzlichen Dank nochmal und gute Heimfahrt, Dankeschön. Und dass Sie es so lange mit uns ausgehalten haben. Gute Heimfahrt, aber die Frage soll noch beantwortet werden. Herr Link, könnten Sie dazu was sagen? Genau das müsste passieren. Das habe ich doch die ganze Zeit jetzt schon probiert, so was hinzukriegen. Dazu müssten Staaten auch mal bereit sind, natürlich dann auch unter Aufgabe ihrer bisherigen Positionen, also Sie sagen ja ohne Vorbedingungen, sich mal hinzusetzen. Und das ist dann natürlich schwierig. Außerdem, Nürnberger Prozesse, gut, das war natürlich eine Situation, da war klar, da gab es einen eindeutigen Angeklagten. Das ist ja jetzt hier nicht so der Fall. Allein schon dadurch würde man sich streiten. Übrigens, wenn Sie mir ein Wort zu Snowden gestatten, die Tatsache, dass er in Russland ausgerechnet sitzt, macht ihn nicht glaubwürdiger. Wir sind in der Tat jetzt am Ende, ich muss jetzt auf die Uhr schauen, das tut mir leid, wirklich, irgendwann fällt das Fall bei, wir sind schon zehn Minuten drüber, ich bitte um Nachsicht, denn ich möchte sehr gerne noch das Schlusswort an den Vorsitzenden des Kuratums der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Prof. Dr. Jürgen Morlock geben, der uns jetzt dann auch sicher in den Samstag entlässt. Ihnen noch mal herzlichen Dank fürs Zuhören, nicht fürs Zuschauen, also auch fürs Zuschauen natürlich. Wenn ich es nicht schon gesagt habe, wir wünschen Ihnen eine gute Heimfahrt, vielleicht sieht man sich ja wieder, wir hatten den zwölften Verfassungsdialog und ich wollte eigentlich am Anfang schon sagen, sagt Ihnen die Zahl zwölf was. Herr Kirchhoff war da, zwölf Jahre Verfassungsdialog, Verfassungsrichter haben zwölf Jahre Amtszeit, dann ist Ende. Auch für uns heute, danke. 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 Danke.